Also, neues Jahr, neues Spiel. Schauen wir mal. Die Musik ist auf jeden Fall süß. Einbezaubernd, markante Erzählerstimme. Ein Happy End vielleicht. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, es gibt keine bessere Art, eine Geschichte zu beginnen als mit... ...mir. Piratenlegende Captain Kabeca. Ha, das war fast ein wenig zu einfach. Ich hab's mal wieder geschafft. Ich bin der Größte. Das Ehrlich des Ignaz muss irgendwo hier vergraben sein. Afonso, bring mir noch mal die Karte. Einmal. Tipp. Oder drauf drücken. Die Karte. Nee. Ja. Unten rechts wird dir der aktive Inventargegenstand angezeigt. Im Moment kannst du diesen Gegenstand nicht benutzen. Seh dich um, um einen Ort zu finden, an dem du den Gegenstand benutzen kannst. Okay. Interaktion. Wenn du mit einem Objekt, einem Ort oder einer Person interagieren kannst, erscheint dies am oberen Bildrand. Eine Stelle mit aufgelockerter Erde. Okay. Hier würde es sich bestimmt lohnen, einmal zu graben. Okay. Buddeln. Huch. Nicht beim ersten Versuch? Das ist mir ja noch nie passiert. Buddel weiter. Wieder nichts. Okay. Langsam wird's peinlich. Okay. Ein Kampf. Ein Kampf. Ha. Nimm das, ihr Null-Diätler. Null-Diätler. Das habe ich ja auch noch nicht gehört. Stirb. Zwei noch. Zwei noch. Habt ihr die Demo Donnerstag eigentlich mitbekommen? Ich glaube nicht, oder? Dann ist das für euch ja noch was Neues. Buddeln! Okay, Moment. Jetzt muss man auf der Karte gucken. C... E... A... B... E... C... E... A... B... E... B... E... Wie es mit mir, Afonso und dem Ehrlicht weiterging, klar könnte ich dir das erzählen, doch im Mittelpunkt dieser Geschichte, wie jemand anderes. Kapitel 1 Captain Avery und der Nasse Tod Du sollst dir sagen, was du heute Morgen im Netz hattest. Du bewirfst mich mit einem Schrimpkopf? Ich sitze direkt neben dir. Hättest du mir nicht einfach auf die Schulter tippen können? Echt jetzt. Cocktailschirmchen. Was? Cocktailschirmchen. Irre, oder? Im Netz waren hunderte Cocktailschirmchen. Hey, Susi. Bekomme ich noch eine Flasche? Ich heiße Cleo. Warum vergisst du andauernd meinen Namen? C. L. E. Ja, ja. Wie du meinst. Hol dem guten Piet einfach eine Flasche rum. Hupe, hi. Frohes Neues. Hast du schön reingefeiert? Hey, wusstet ihr, dass Captain Kabeca... Zusammen mit einem Affen auf Schatzsuche ist? Zusammen mit einem Affen auf Schatzsuche ist? Hey, Piet. Wie heißt nochmal die Bucht, in der du immer diese ganzen verrückten Sachen findest? Anemo Bay. Anemo Bay. Hm. Der beste Ort zum Fischen. Ich wollte gerade was erzählen. Muss ich's dir immer wieder sagen. Niemand interessiert sich für deine Lügengeschichten. Wir sind Barkeeper. Unsere Gäste erzählen hier ihre Geschichten. Wir geben ihnen eine Flasche Rum und hören zu. Nicht andersrum. Zuhören? Das soll wohl ein Witz sein. Man kann doch riechen, was er heute gemacht hat. Fische gefangen und Rum getrunken. Ja, richtig. Piet hat Fische gefangen. Boah, wie's da dann stinken muss, ne? Boah, das ist ja ekelhaft. Dieser Gedanke daran. Oh nein. Das sind keine Hirngespinste. Oh nein, ich will's mir gar nicht vorstellen. Entwischen ist die Buchreihe über den berühmten Captain Kabeca. Kabeca ist ein echter Abenteurer. Eine Legende. Und nicht so ein Verlierer wie... Piet. Du. Carla, habt ihr noch was von dieser würzigen Soße? Cleo. Nee, ähm... Soja. Bring ich dir, Piet. Cleo, bevor du dich hier zu Tode langweilst, bring Granny Gamble noch ne neue Flasche Rum. Sie ist draußen am Steg und strickt. Ei, ei, Captain. Ja. Raus mit dir. Alt-Shift gedrückt, um zu rennen. Miau. Hier. Ich zeige euch jetzt direkt noch meinen Favoriten aus der Demo. Nick Carter. Sorry, ich finde das so lustig. Komm her, Nick Carter. Hm. Der Bursche scheint beschäftigt zu sein. Das ist Granny Gamble. Zumindest nennt sie jeder so. Wie sie wirklich heißt, weiß niemand. Hey, Lord. Frohes Neues. Schön, dass du da bist. Hast du schön reingefeiert? Oh. Hätte eine Flasche mitnehmen sollen. Schnell. Habt ihr denn irgendwelche guten Vorsätze oder so? Das ist Granny Gamble. Zumindest nennt sie jeder so. War chillig. Böller hielt sich ja auch in Grenzen. Weil hier hat es sich tatsächlich angehört, als ob mein Auto weggepustet wird, ne? Das war, ist es zwischendurch ein bisschen gruselig gewesen. Hallo, Granny Gamble. Ich hab hier neuen Rumpf für dich. Ach, das ist ne nette. Ja, ich weiß. Ich wär auch gern da draußen. Fremde Inseln entdecken. Abenteuer erleben. Irgendwo anders sein. Nur nicht hier. Wir belästigen die noch ein bisschen mehr. Keine Privatgarage mit Alarmanlage? Nee. Nicht für... Also nicht für das Auto, ne? Die Gruppen stehen in der Garage. Das ist grauer Wurm. Er stellt gerade einen Rekord im Keine-Fische-Fangen-auf. Gib alles, grauer Wurm! Ich glaub an dich! Stimmt, bei so vielen Wohnungen? Ja, eben. Wow. Die angeregte Unterhaltung mit Granny Gamble war wieder einmal erfrischend. Kann ich jetzt bitte weiterlesen? Hey, wo ist mein Buch? Es ist weg. Vielleicht bekommst du's wieder, wenn du Hackebeil Herbert in der Küche geholfen hast. In der Küche? Komm schon! Oder dein blödes Buch landet schneller im Ofen, als du Schrimpkopf sagen kannst. Jammer nicht so viel Kind. Geh und mach! Ich find die Charaktere hier in dem Spiel sind echt süß gemacht. Das ist ein bisschen abartig. Fällt dir denn nichts an mir auf? Schau genau hin! Neues Hackebeil? Falsch! Der erfahrene Koch weiß, ein Hackebeil ist nur so gut wie... Der Koch, der damit hackt? Wieder falsch! Das Brett, auf dem es hackt! Ah, neues Schneidebrett. Ich verstehe! Aber dass man den Spielstand nicht übertragen konnte, ist ein bisschen schade. Ganz recht! Dieses Schneidebrett ist aktuell die Stradivari unter den Schneidebrettern. Manche sagen sogar, es sei fast so gut wie eins von Schneidebrett-Pitt! Schneidebrett-Pitt? Was? Noch nie was von Schneidebrett-Pitt gehört! Er ist eine Legende in der Schneidebrett-Szene! Er hat nur eine Handvoll Schneidebretter hergestellt! Man sagt, diese Bretter seien unbezahlbar und unzerkratzbar! Wow! Was ist aus diesem Schneidebrett-Pitt geworden? Er hat einen heiligen Blut eingeschworen, nie wieder ein Schneidebrett herzustellen! Und sich zurückgezogen! Seither hat man nichts mehr von ihm gehört! Was zum? Da ist eine tote Hand und ein Buch in meinem Fisch! Oh no! Oh, ich erinnere mich jetzt noch an das Rätsel, was jetzt kommt! Und das gefällt mir gar nicht! Ich gehe nicht in die Suppe! Ich gehe deinem Vater Bescheid sagen! Ich muss unbedingt wissen, was in diesem Buch steht! Aber diese knochigen Finger halten es zu! Hm, mal sehen! Bestimmt wegen einer Frau! Ach, Quatsch! Wie kriegen wir euch alle auf? So! Ah, ging doch schnell jetzt! Logbuch des furchtlosen Abenteurers Captain Avery Allwick Drei Tage und Nächte habe ich gegen das Ungeheuer kämpfen müssen, ehe ich es bezwingen konnte Ich werde den Hafen noch heute Abend verlassen Ha! Wenn mein Schiff unter der Last des ganzen Goldes nicht direkt auf den Meeresgrund sinkt Der Wind steht günstig, um zu meinem vorerst letzten Ziel zu segeln Denn einen Schatz werde ich noch suchen und finden Den größten aller Schätze Den Schatz der ewigen Erinnerung Aber Schatz der ewigen Erinnerung klingt nicht so eindrucksvoll wie ein Schiff mit so viel Gold Dass es droht unterzugehen, weil zu schwer, ne? Bekommt man sofort One Piece Feelings? Ja, findest du? Ne, One Piece Feeling habe ich noch nicht Meine Suppe! Mein Schneidebrett! Was ist denn hier los? Ich, also, da war... Warum das Schneidebrett? Ne! Cleo? Das war ich nicht! Da war ein Geist! Ein Geist? Jetzt reicht's aber! Du sollst mit den Lügengeschichten aufhören! Aber ich lüge nicht! Cleo, wird Zeit, dass du endlich erwachsen wirst Und mit diesem Quatsch ist jetzt los Ist die Serie eigentlich schon zu Ende, One Piece? Ne, ne? Die wird auch nie zu Ende sein, glaube ich Morgen früh fährst du mit Piet raus zum Fischen Was? Ich kann nicht mal schwimmen! Du willst doch ein Abenteuer erleben Und ich will dich hier erstmal nicht mehr sehen Keine Widerräder Voll der Fiesling, der Vater Die unheimliche Geistererscheinung Lies Cleo in dieser Nacht kein Auge zu machen Was sollte das alles bedeuten? Der Geist Der blutige Schriftzug Jichu Milele Cleo schlug das mysteriöse Logbuch auf Das sie gefunden hatte Und begann darin zu schreiben Oh, es ist so früh Ei, und das ist auch gut so Wieso? Jede Nacht schwimmt ein riesiger Schwarm Fische Die Panimo Bay Keine Ahnung, wo die alle herkommen Aber ein altes Fischersprichwort besagt Ist man früh in der Bucht Ist Fische fangen eine Wonne Du meinst eine Wucht? So ein Blödsinn Es heißt ganz sicher Bucht Schau dich ruhig ein wenig auf dem Boot um Ich sag dir Bescheid Wenn wir uns Panimo Bay nähern Auf ihrer Reisen Schreibt Cleo ihre Gedanken In das Logbuch, das sie gefunden hat Das Symbol oben links erscheint Wenn Cleo einen neuen Eintrag gemacht hat Um die Einträge zu lesen Wähle im Inventar das Logbuch Als aktives Dokument aus Und öffne es Ich kann nicht schlafen Was ist da heute mit mir passiert? Hab ich wirklich einen Geist gesehen? Oder war ich von Herberts Fischsuppengestank paralysiert? Aber das kann nicht sein Die verschüttete Suppe Das zerbrochene Schneidebrett Und vor allem Der blutige Schriftzug an der Wand Jicho mi lele Was das wohl zu bedeuten hat? Gän Papa hat das alles wirklich ernst gemeint? Ich musste wirklich mit auf Butthair Peets Boot Es stinkt Ich bin müde Und mir ist langweilig Ein Abenteuer zu erleben Stell ich mir wirklich anders vor Hey Dawn Frohes Neues auch dir Schön reingefeiert One Piece Ein Mann liegt seit 30 Jahren im Koma Seine erste Frage ist Ob Ruffy Piratenkönig ist Also nein One Piece endet nie Das ist so eine geile Serie Ein Hammer Eine Flasche Rum Eine Zange Noch eine Flasche Rum Und eine Tube Holzleim Gerade aufgestanden? Uff Uff Großes Uff Dann lehn dich zurück Und lass dich berieseln Du musst jetzt erstmal mit dem Hund raus Alles klar Ich darf das Netz reparieren Ein Seil zu Knoten Ist die ehrenvollste Aufgabe An Bord eines Bootes Einen Knotenknoten? Ei Einen Knotenknoten Kann das nicht jeder der Nun ja Aus seinen Klettverschlusssandalen Rausgewachsen ist? Es mag einfach aussehen Aber es ist eine Wissenschaft Eine Kunst Eine Religion Ich kenne die 605 Seefahrerknoten Der 55 Knoten Großmeister Auch genannt Die Nordfather Ähm Was nehmen wir? Ich neige meinen Hauptohrmeister Aha Auf einem Fischerboot Sollte jedes Crewmitglied Diese Knoten beherrschen Alle 605 Bringt es uns Unglück Da geht's um Leben und Tod Ich kann dir zeigen Wie du jeden beliebigen Knoten Innerhalb von Sekunden lösen kannst Na? Willst du wissen, wie das geht? Mh Du wirst uns alle noch umbringen, Mädchen Schon mal das Wort Jishomi Lele irgendwo gehört? Nein Noch nie gehört Ist definitiv keiner der Notfather Ich will dich von deiner heiligen Aufgabe Nicht länger abhalten Gut Knot Oder Was auch immer Gut Knot, Leute Gut Knot Hallo, du Hey Was machst du da? Ich pflege mein Kraken vor das Set Oh, yes Das Kartenspiel Da hab ich jetzt auch Bock drauf Zunächst musst du die Rum und Blutreste abwischen Dann kann die eigentliche Pflege beginnen Nein, nicht die Pflege Die Spielregeln meine ich Von Kraken vor da Ach so Hm Warum eigentlich nicht? Zur Abwechslung wird ein neuer Gegner mal gut tun Cool Hast du dein Set dabei? Nein Ich hab keins Tja Das ist schlecht Vielleicht kann dir Knotenjose ein Set leihen Frag ihn doch mal Hast du das Wort Jishomi Lele schon mal irgendwo gehört? Nein Was bedeutet das? Das wüsste ich auch gerne Ich bin gleich zurück Jetzt müssen wir hier nochmal ran Moment mal Da steckt ein Zettel hinter dem Poster Oh mein Gott Aber schade, dass man den Zettel hier nicht gesehen hat Überhaupt nicht Das ist doof Abgeschlossen Was war hier drauf? Das weiß ich nicht mehr Auf dem Zettel steht Die 10 besten Köder Okay Bei Nummer 8 musste ich weinen Dann fragen wir nach dem Karten-Set Hey, Captain Klettverschluss Ich bin's nochmal Psst Ich muss das hier noch kurz fertig knoten Bevor ich den Faden verliere Hasenohr Schieß ein Tor Wuppdiwupp So Fertig Was willst du? Kann ich mir dein Krakenfodder-Set ausleihen? Nein Krakenfodder ist ein Spiel für Seemänner Du bist kein Mann Und du gehörst auch nicht auf See Ein altes Fischersprichwort besagt Kannst du nicht richtig knoten? Sollst du nicht sein auf hoher See Du meinst auf Boden Und ich kann übrigens sehr wohl So Sprichwörter verkacken Das kann ich ja auch voll gut Ich mein, wenn's dich noch irgendwie reimt Das ist okay Beziehungsweise grenzwertig Kein Problem Aber Wer hat diesen Knoten erfunden? Der Knoten sieht aus wie Ein aufsteigender Papagei Mit einer Augenklappe Ein aufsteigender Papagei Mit einer Augenklappe Lass mich einen Moment darüber nachdenken Das Rätsel ist jetzt tatsächlich anders als in der Demo Da hatten wir irgendwas mit einer Gurke Wow Pete sieht heute Morgen richtig frisch aus Riecht aber nicht so Riecht aber nicht so Riecht Man kann nicht mit ihm reden Ein Hammer Eine Flasche Ach nee Das hatten wir schon Abgeschlossen No Kennst du dich mit Knoten aus? Hör mir bloß auf Den ganzen Tag nervt Joe mich mit seinen bescheuerten Knoten Fang du nicht auch noch damit an? Äh Ich wollte doch nur Wenn du noch einmal das Wort Knoten sagst Wäre ich dich über Bord Wie aggressiv der ist Das wäre ich mein Tattoo meiner Mutter Okay okay Moment mal Hat deine Mutter ein Tattoo? Hast du ein Tattoo deiner Mutter? Oder hat deine Mutter dich tätowiert? Ein altes Fischer-Sprichwort besagt Willst du arbeiten auf dem Kutter? Tätowier dir deine Mama Ihr drei seid in die gleiche Klasse gegangen, was? Dieser Knoten Joe macht mich wahnsinnig Ständig höre ich ihn im Lagerraum vor sich hin bräbbeln John Karl Frank Zum Kotzen Ich glaube er hat sich da drin irgendwas gebastelt Um diese Namen auswendig zu lernen Also lass mich bloß damit in Ruhe Und komm erst wieder Wenn du das Kraken vor der Set hast Okay Sicherheit halber Versuchen wir einfach nochmal das zu öffnen Abgeschlossen So Und wieder hoch Kann ich mal den Schlüssel für den Laderaum haben? Klar Die Fischerei hat dein Interesse geweckt, was? Oh ja Aus dir wird man ein richtiger Fischer Ich kann es förmlich riechen Das ist schon fast eine Beleidigung, ne? Oh no Der Kaffee ist alle So So Da ist etwas in die Tonne eingeritzt Ein aufsteigender Papagei Mit Augenklappe Da ist ein Papagei Wo ist denn die Augenklappe? Da Papagei mit Augenklappe Aufsteigend Tommy Wir brauchen Tommy Toby Wee 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 Yeah! Tommy! Ja, natürlich! Und jetzt spielen wir Krakenfotter! Hey, Erik! Regeln brauchen wir nicht! Bereit, alle Mann an Deck und gut festhalten. Jetzt wird es ernst. Karte. Du hast den Schiffsjungen gezogen. Du hast keine verschossenen Kanonenkugeln oder zerstörten Kanonenkarten, um die du dich kümmern kannst. Du kannst oder willst deinen Gegner nicht angreifen. Er kann entscheiden, ob er deine Karte mit einer einzigen Kanonenkugel zerstört oder sie verschont. Als ob er die jetzt nicht zerstören würde. Ja, eben. Kanonen! Den Gegner feuert zwei Kanonenkugeln auf dich ab. Wie willst du reagieren? Klicke auf die gewünschte Würfelzahl, um selbst zu feuern oder klicke auf deine Karte, um sie zu opfern. Ähm, ich nehme auch zwei Kugeln. Äh. Äh. Ah, Kacke. Ich verliere ja. Der Kraken. Beide Karten werden sofort zerstört, ohne dass eine Fähigkeit ausgespielt werden kann. Okay. Dein Gegner hat den Schiffsjungen gezogen. Er kann Kanonenkugeln wieder aufladen oder eine zerstörte Kanonenkarte reparieren. Und ich habe die Hexe. Und was macht die Hexe? Klicke auf den Crewmitglied oder den Kraken im Reich der Toten, um die Karte wieder zu erwecken. Oh, wir nehmen den Schiffsjungen. Du hast den Kapitän gezogen. Du feuerst automatisch alle verbleibenden Kanonenkugeln ab. Nach dem Angriff werden alle Kanonenkugeln wieder aufgeladen. Oh, okay. 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 Der Gegner macht so mit? Yay. Es hat so Karten und Würfelspiele so an sich. Was genau? Mach voll mit. Würfel. Oh, yes. Zu verlieren. Nee, ich bin voll gut in Glücksspielen. Aber ich bin nicht so gut in Karten spielen, leider. Nein, ich wollte nicht zwei setzen. Shit. Aber immerhin zerstört. Nein. Der böse Kraken. Ich habe keine Kanonenkugeln mehr. Schade. Klicke auf die verfeuerten Kanonenkugeln, um sie wieder aufzuladen. Ja. Ja. Die Exe. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Der feuert eine Kanonenkugel. Nehmen wir zwei. Sicher ist sicher. Mach mal ordentlich jetzt. Uff. Uff. Oh, der hat nur noch zwei Karten und wir haben vier. Das finde ich gut. Feuert eine ab. Nehmen wir wieder zwei. Oh, wie traurig. Es wird ja richtig knapp hier. So, jetzt nehmen wir alle. Da muss doch was bei sein, was besser ist. Jawohl. Und dann haben wir gewonnen. Yay. Mist. Du hast gewonnen. Ich habe dich natürlich gewinnen lassen. Ist doch klar. Willst du noch eine Runde spielen? Nein, auf keinen Fall. Bitte nicht. Bitte nicht. Du hast tschüss, was? Dachte ich es mir. Sag mir Scheid, wenn es dir anders über... Bei Mamas Tattoo. Was war das? Los, hol mir das Werkzeug. Bevor hier alles unter Wasser steht. Schnell. Das Werkzeug war hier, ne? Ja. Oh, nein. Oh, nein. Erik ist weg. Ich kann nicht schwimmen. Oh, nein. Der Kraken. Erkannte ältere Dame aus Ungarn. Da durften wir nicht mal Karten spielen oder Büffelspiele. Beide wurde in die Tiefe gezogen. Weil ihr Vater als Kind alles verloren hat dadurch. Erkannte verlor, vernahm sie durch das dumpfe Grollen noch ganz deutlich ein Wort. Dabei macht sowas voll Spaß. Hey, Fredi, frohes Neues. Hast du schön gefeiert? Hier hat die Demo aufgehört. Ab dieser Stelle weiß ich nichts. Jetzt ist alles neu. Auch für mich. Ist das eine Meerjungfrau und ein Frosch? Das glaub ich jetzt nicht. Oh, na toll. Ein Fan. Du bist eine echte... Sirene. Klar? Nicht Nympfe, nicht Nixe, nicht Meerjungfrau oder was ihr Menschen sonst noch so für kitschige Worte benutzt. Streich sie aus deinem Wortschatz, verstanden? Es gibt wirklich nichts, was wir mehr machen. Okay. Wow. Außer wenn Leute sich mit billigen Flossen verkleidet in ihrer Badewanne fotografieren. Also ehrlich, ein absolutes No-Go. Davon hab ich als Kind immer geträumt. Lass es lieber. Die Fotos bleiben ewig im Entrennen. Sirene, nicht Meerjungfrau. Ja. Sehr gut. Es tut mir leid. Ich bin immer davon geträumt, als ich der Pirat auf Schatzsuche zu sein. Und dabei einer echten Sirene zu begegnen. Du? Ein Pirat? Ja. 40 Minuten Demo durchgespielt, halber Speedrun. Mit allem drüber. Ja, aber es ist ja viel Story dabei, ne? Da hat man gar nicht so viel Einfluss drauf. Ich will eigentlich nur wieder nach Hause. Gut. Ciao. Kannst du mir vielleicht helfen? Auf gar keinen Fall. Ich hab zu tun. Hatten ein Satz über ein Satz. 24 Stunden nur Einsätze, aber bin ich froh, dass ich sowas nicht machen muss. Was? Ah, wir fragen das mit Yichomi Lele. Hast du das Wort Yichomi Lele schon mal irgendwo gehört? Was? Woher kennst du diesen Namen? Es ist ein Name? Wo hast du ihn gehört? Um ehrlich zu sein, ein Geist hat ihn mit Fischblut an die Wand geschwitzt. Gar nicht absurd. In der Bar meines Vaters. Ein Geist? Zu Hause hat mir auch niemand geglaubt. Und deswegen musste ich zur Strafe auf dieses stinkige Fischerboot. Und dann? Und dann wurde das Boot angegriffen. Von etwas Gewaltigem. Den Kraken? Wow. Unmöglich. Ja, ein Kraken. Danach kann ich mich an nichts erinnern. Du willst mir erzählen, du hast den Kraken überlebt? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin dort drüben am Strand aufgewacht. Ha. Mein kleines, unscheinbares Mädchen. Wer ist Jichu Milele? Lass das, Sirene. Da habe ich Albträume von. Ich höre die immer noch gehen. Die Frau, die hier spricht? Was kann die denn dafür? Sirene würde meine Schwester hassen. Die hat eine Schwanzflosse. Macht die denn auch richtig so Meerjungfrauen-Action in so Wassertanks und so? Also, wer ist Jichu Milele? Madame Jichu Milele. Sie ist die Allwissende. Die Allsehende. Die Unfehlbare. Eine Wahrsagerin? Sowas in der Art. Vermutlich wusste sie bereits, dass du kommen würdest. Also, ist sie hier? Du meinst auf dieser Insel? Oh ja, immer. Hm. Im See oder Meer? Aber Meer auch nicht. Ah, okay. Was weißt du über diesen Kraken? Ja, nicht so wasseraffin. Sonst fände ich das auch voll cool. Es wird gesagt, dass wenn der Kraken jemanden verschont, das etwas zu bedeuten hat. Was soll das heißen? Für mich heißt das, entweder deine Geschichte ist gelogen oder du bist zu etwas Großem bestimmt. Meine persönliche Vermutung behalte ich mal für mich. Was machst du da? Ich flechte einen Kranz aus Folofaltchenblüten. Für wen? Na, für mich. Doofe Frage. Sieht toll aus, der Kranz. Hm, ich weiß nicht. Er ist noch ziemlich kark, findest du nicht? Nein. Ich weiß nicht. Wer hat dich denn gefragt? Je mehr Folofaltchenblüten, desto besser. Das ist aber eine nette, ne? Die Frau hier. Kannst du mir sagen, wo ich diese Madame Yishu Milele finden kann? Hm, ich weiß nicht recht. Bitte. Stopp, nicht betteln. Das ist ja ekelhaft. Vorschlag. Du bringst mir 20 Folofaltchenblüten. Dann zeige ich dir den Weg. 20 Blüten sammeln? So ein Abenteuer wird das also? Hopp, hopp. In Ordnung. Wings 2.0, die Sirene. Kann ich nicht auch mit dem Frosch interagieren? Der sieht voll lustig aus. Angucken. Auf diesem Stein sind seltsame Zeichen eingemeißelt. Unter anderem ein Kraken. Da ist eine Blume. Wir brauchen 20. Für eine Spinne sahen die Beine zu wabbelig aus. Keine Blüten hier. No, no, no. Ey, diese eine war jetzt schon voll das Erfolgserlebnis. Hier ist noch eine. Ah, da sind zwei. Da ist noch eine. Oh oh. Das sieht nach Gefahr aus, so ein Moskito. Komm, heb's auf, Kind. Heb's auf. Wie viele Blumen haben wir jetzt schon? Ich habe aufgehört zu zählen. Kann die hier durch? Mich hat da was in den Fuß gestochen. Oh no. Garnelius Maximus. Hier unten. Du bist auf eine unserer Lanzen getreten. Wer zum Teufel bist du denn? Garnelius Maximus. Kommandär der 12.008. Legion. Wir haben so gut wie jedes Gewässer weltweit infiltriert. Bumblebee. Hi. Auch dir frohes Neues. Hast du es schön reingefeiert? Seid ihr in der Armee oder sowas? Eine Armee? Nein. Besser. Ein Paketdienstleister. Paketdienstleister. Unter Wasser. Oh je. Das Schrimperium besteht aus Milliarden von Schrimps, die erfolgreich den Dienstgrad des Paket-U-Booten erreicht haben. Das Schrimperium liefert alles in kürzester Zeit an jener. Der am Wasser liegt. Das finde ich die Geile. Ausgenommen Orte im nautischen Nebel. Und worauf bin ich da gerade getreten? Auf eine Lanze. Unser gesamtes Waffenarsenal ist hier unten aufgereiht. Waffenarsenal? Sagtest du nicht gerade ihr wärt ein Paketdienst? Und? Muss ein Paketdienstleister? Das Schrimperium. Ich sag dir, Pakete ausliefern und Pazifismus passen nicht gut zusammen. Ich und meine Männer wurden hier vom Feind eingeschesselt. Oh nein. Feind? Ja, er hat hinter uns eine Barrikade errichtet. Und jetzt stecken wir ihr fest. Bislang waren unsere Attacken erfolglos. Doch früher oder später werden wir diesen Aufständischen schon in die Knie zwingen. Du meinst den Biber da drüben? Ich kann dieses zweizinnige hämische Grinsen, dieses unbeugsamen Aktiers nicht mehr tragen. Na dann, viel Erfolg noch. Lasst ihr mich kurz durch? Ich muss kurz auf die andere Seite. Na, nur kurz. Auf keinen Fall. Was? Unser Waffenarsenal? Schon vergessen? Wenn du hier einfach durchlatscht, sind wir dem Feind völlig fernlos ausgeliefert. Oh yeah. Eine Lanze hast du ja bereits kaputt gemacht. Ha, guck dir das an. Die sind völlig Schrott. Vielen Dank. Hier, die beschädigte Lanze. Kannst du behalten. Oh yeah. Ist das süß. Ist das süß. Wenn wir die Barrikade durchbrechen konnten. Ich kümmere mich um den Biber. In Ordnung. Okay, Biber. Ich habe direkt in die toten Augen dieses Wahnsinnigen gesehen. Und ich sage dir, der Kerl kennt keine Gnade. Oh nein. Ich bin so gespannt auf den Biber. Ich bin so gespannt. Das war schön. Ich hoffe, ihr hattet auch einen schönen Abend. Ach ja. War sehr nett. Ist das? Ne, das ist jetzt nur ein Baum. Wo ist denn der Biber? Ist der weiter unten? Biber, wo bist du? Ja, Mensch. Warte mal. Von da kommen wir her. Biber, ne? Ja, 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 ja. Das ist nicht der Biber. Boah, aber das Spiel ist zuckersüß, ne? Das ist der Knaller. Biber. Biber. Oh, eine Blume. Viele haben wir schon. Ah, steht hier nicht. Zwölf. Fahre jetzt nochmal zur Familie. Alles klar, schön, dass du reingeschaut hast. Habt noch ein schönes Wochenende. Mach's gut, Bumblebee. Biber. Wo bist du? Oh, so viele Blümchen. Ich sehe hier gar keinen Biber. Der verarscht mich doch. Hey, Garnele. Garneleus. Maximus. Vielleicht gehen wir doch einmal zu dem Bötchen runter. Oh, kommt jetzt der Biber? Was ist das denn? Oh, hi. Bist du wegen der Party hier? Party? Na, die Party für würdige Sumpfmonster. Sehe ich für dich wie ein würdiges Sumpfmonster aus? Oh, selbstverständlich nicht. Der Schnurrbart fehlt ganz offensichtlich. Der Schnurrbart? Echt jetzt? Ich bin kein Sumpfmonster. Oh, entschuldige bitte. Mein Fehler. Ich bin so aufgeregt. Das könnte dieses Mal meine erste Sumpfmonster-Party werden. Ich glaube wirklich, dieses Jahr ist es soweit. Wer kennt es nicht? Das ist wie weit? Ich spüre das Kribbeln schon an der Oberlippe. Weißt du, ich bin echt spät dran. Meine ganzen Freunde haben schon seit Jahren einen. Einen... Einen Schnurrbart. Wozu brauchst du denn so dringend einen Schnurrbart? Machst du Witze? Jedes junge Sumpfmonster verpuppt sich vor der alljährlichen Party. In der Erwartungsruhen-Hoffnung, als würdiges Sumpfmonster mit Schnurrbart den Coupon verlassen zu können, um auf diese renommierte Party zu gehen. Könntest du dir nicht einfach einen Schnurrbart aufkleben oder anmalen wie normale Leute? Wer kennt es nicht? Auf eine Feier gehen und erstmal einen Schnurrbart aufmalen. Du hast offensichtlich keine Ahnung, wovon du sprichst. Gibt es noch was? Oder darf ich mich wieder auf meine Metamorphose konzentrieren? Reicht auch ein Pflaumhaarbart? Reicht auch so ein alberner Pflaumhaarbart? Albers? Du bist schon wie die Knaben, die im Bus ganz hinten sitzen und heimlich Alkohpops trinken. Nein, reicht nicht. Es muss ein richtiger Respekt-Balken sein, oder? So ist es. So ein ordentliches Suppensieb. Ach du Scheiße. Eine Hippi-Lippe. Es reicht. Aber ja, genau. Verstehe. Was trinkst du da? Ach, nichts Besonderes. Irgendein Sumpfwasser-Gemisch. Ein ausgewogener Wasserhaushalt ist entscheidend für einen dichten Bartwuchs. Schicker Kokon. Gut beobachtet. Das ist feinste, mehrlagige Seide. Reicht windundurchlässig und äußerst stabil. Vielleicht können wir ihm ja einen Schnäuzer, einen Aufklebeschnäuzer bringen und er gibt uns dann was von seiner Seite ab. Bis später. Manche Frauen stehen drauf. Könnte ich mir echt nicht vorstellen, ne? Das klingt ganz schön absurd. Warte, was hat hier? Achso. Schild lesen. Herzlich willkommen in den Telmi-Sümpfen. So, was ist denn hier mit dem komischen Mann auf dem Boot? Er sieht doch schon richtig irre aus. Hast du mich erschreckt? Na super. Da geht mein letztes Lüftbonbon dahin. Wer bist du? Ich bin Cleo. Wer bist du? Ich bin Malte. Malte Zeus. Segelnder Cocktailmixer. Du machst Cocktails? Oh, wie der spricht, ne? Ich mixe Cocktails. Ich probiere Cocktails. Ich verbessere Cocktails. Oh mein Gott. Ich kenne Cocktailrezepte aus aller Welt. Sowas macht mich richtig hüten, ne? Wenn jemand so spricht. So ist es. Hast du schon mal etwas von Madame Yichumi Lille gehört? Wenn das kein Cocktailrezept ist, kenne ich mich damit auch nicht aus. Was ist das für ein grüner Automat da drüben? Oh, das? Ein wahres Schmuckstück, oder? Das ist der Cocktail 8000. Marktführender Cocktailmixer-Automat. Ein Cocktail besteht aus drei Grundkomponenten. Basis, Modifier und Flavor. Einfach die drei Komponenten in die vorgesehenen Kammern geben und der Cocktail 8000 macht den Rest. Cool. Darf ich den mal benutzen? Das ist so süß. Er ist aber im Moment kaputt. Oh nein. Das Boot sieht aus, als hätte es ganz schön was durchgemacht. Deswegen bin ich hier am Reparieren. Was ist passiert? Dasselbe, was schon seit Jahren passiert. Es geht kaputt. Ich sag dir, die Strömung an dieser Insel ist ein Fluch. Treibt mein Boot immer wieder zurück gegen diese Felsenwand. Frag mich nicht, wie oft ich das alte Dingshorn wieder zusammensetzen musste. Wie oft? Naja, du stehst an Bord der ehrwürdigen Versuch 38. Und du nennst dein Boot die Versuch 38. Glaub mir, irgendwann gibt man es auf, sich krankvolle Namen auszudenken. Was würdest du sagen, wie stehen die Chancen für die Versuch 38? Aber wo ist der Biber? Um ehrlich zu sein, ohne ein ordentliches Segel? Flecht. Was ist mit dem Segel? Es ist total hinüber. Hat überall Löcher und ist rissig. Unmöglich, das Ding nochmal zu flicken. Wie bist du hier gelandet? So als junger Mann hatte ich den Traum, mich als segelnder Cocktailmixer selbstständig zu machen. Mein Motto war, es gibt kein Problem, dass dein Cocktail nicht lösen könnte. Ob lebend oder benebelnd, Malte mixt's. Jahrelang habe ich überall die besten Cocktailrezepte... Mit diesem Sprachfehler, diese ganzen Wörter auszusprechen, ne? Krass. Verdammt nochmal, mein Businessplan hatte sogar einen Salzrand. Es konnte gar nichts hieß gehen. Aber? Nun ja, wenn man ein neues Rezept hat, dann muss man den Cocktail natürlich auch probieren, richtig? Dieses Rezept hatte ich von einer Selbsthilfegruppe, den Anonymen Anästhesisten. Und den Drink nannten sie Nahtod on the Beats. Klingt gar nicht so schlimm, oder? Das dachte ich auch. Das Spiel ist genau mein Humor. Danach ist alles verswommen. Ich habe flüsternes Dimm gehört. Und ich erinnere mich an unzählige kleine blaue Lichter. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einem blassen, drögen Mann mit Halbglatz und Hornbrille auf seinen Freituss gebrochen habe. Und als ich wieder zu mir kam, war ich mit meinem Bruder an dieser Insel gestrandet. Seitdem bin ich hier und versuche wegzusegeln. Wenn ich ein neues Segel auftreiben könnte, würdest du mich dann nach Hause bringen? Ha, ein neues Segel. Du bist ja optimistisch. Wo willst du das denn bitte herbekommen? Malte, so ist es doch der Biber. Zwei Zähne und blockiert mit einem Holzbalken alles. Und wir von dieser Insel wegkommen, dann kannst du mich für die folgenden 24 Stunden... Ist gar nicht so dumm, oder? In Ordnung. Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Bis später. Okidoki. Mist. Er funktioniert nicht. Können wir hier nicht... Ich glaube, es fehlt der Hebel. ...das hier nutzen? Die Haarnadel? Mist. Nee. Können wir nicht. Der Kerl ist 37 Mal mit seinem Boot untergegangen. Aber diese Flaschen haben keinen Kratzer. Robust. Richtig robust nennt man das. Okay, dann können wir jetzt hier mal gucken, was es so gibt. Mit dem Krebs reden? Ne. Doch. Au. Die freche Krabbe hat nach mir geschnappt. Sie hat wohl was dagegen, dass ich die Strumpfhose klaue. Hey, Hausfrosch. Frohes Neues. Schön, dass du da bist. Schön reingefeiert. Auf der Wäscheleine. Okay, wir könnten irgendwas hier trocknen lassen. Wir müssen die Krabbe bestimmt ablenken und uns dann die Strumpfhose mitnehmen. Aber wofür brauchen wir eine Strumpfhose? Die Schublade ist abgeschlossen. Das Schloss sieht aber nicht sehr sicher aus. Oh. Ah, jetzt können wir die Haarnadel nehmen. Ich kann nicht das Schloss mit dieser Haarnadel knacken. Mal sehen. Du schaffst es. Cleo. Na also, die Schublade ist offen. Mal sehen, was da drin ist. Hm. Ein altes Paar rote Socken. Und ein Buch. Maltes Cocktailbibel. Interessant. Die Haarnadel ist leider kaputt gegangen. Warum gehen Haarnadel beim Schlösserknacken in Videospielen eigentlich immer sofort kaputt? Maltes Cocktailbibel. Brauchen wir die für irgendwas? Um 21 Uhr ins Bett gegangen. Ah, schön. So früh würde ich das gar nicht schaffen. Aber wenn man es gewohnt ist, geht das bestimmt. Oh, ums. So. Risky on the docks. Und du reitest die Hemmschwelle. Bist du von Drink mit Brause breit, bist du risikobreit. Okay. Okay. Ah, da werden wir bestimmt noch irgendwas brauchen. Na, tot on the beach. Okay. Wir werden also früher oder später garantiert einen Cocktail mixen müssen. Damit scheint die Krabbe erst mal gelenkt zu sein. Aha. Oh nein, sie versucht da dran zu kommen. Dann bist du ja ausgeschlafen in ein neues Jahr gestartet. Das bin ich aber auch. Ausgeschlafen bin ich auch. Aber wo ist der Biber? Oh, finden wir hier vielleicht den Biber? Oh, da ist der Biber. Durch diese Astgabelung kann man direkt auf den Biber dort drüben sehen. Kann man ja nicht mit dem Biber reden. Durch diese Astgabelung kann man direkt auf den Biber dort drüben sehen. Ich stehe ja immer 4 bis 5 Uhr auf. Ja, wenn es einmal drin ist, ist es cool. Der Besitzer wird sie bestimmt als lange Unterhose bezeichnen. Aber es ist eine stinknormale, elastische Strumpfhose. Okay. Gut, die Hand können wir nicht benutzen. Wow. Das gibt eine astreine Steinschleuder ab. Oh. Jetzt brauchen wir nur noch Steine zum Werfen. So klappt das noch nicht. Steht der Biber unter Strom? Wir müssen auf jeden Fall den Biber beseitigen. Denn wir sind hier, wir versuchen gerade einer Sirene zu helfen. Und diese Blümchen zu sammeln. Wir kommen hier aber nicht rüber. Denn da ist die Waffensammlung von, wie hieß er? Nee. Garnelus Maximus und seinem Schrimperium. Und die wollen den Biber loswerden. Deswegen müssen wir irgendwas gegen den Biber tun. Ist hier noch irgendwas? Völlig sinnvolle Geschichte bisher, ne? Das ist ja ein lustiges Spiel. Also macht auf jeden Fall Laune. Es ist super süß gemacht. Warte mal. Können wir ihm ein bisschen helfen? Schicker Kokon. Nee. Nichts Neues. Das ist feinste, mehrlagige Seide. Leicht, windundurchlässig und äußerst stabil. Wenn wir von ihm an die Seide kommen würden, dann hätten wir ein Segel für den alten Mann auf dem Boot. Hm. Was trinkst du da? Ein ausgewogener Wasserhaushalt ist entscheidend für einen dichten Badwuchs. Bis später. Nee. Und dann holen wir ihm vielleicht irgendwie einen Bad. Wir haben nur Blümchen für die Sirene. Was gibt es denn hier noch so? Vielleicht können wir mit ihr nochmal sprechen. Oder war was Sinnvolles auf dem Stein? Auf welcher Plattform läuft das? Das ist auf dem PC. Das Spiel ist letzten, ja jetzt letzten Monat rausgekommen. Das ist von Mitte Dezember. Es ist sehr süß. Oh, du böse Frau. Die ist ja richtig frech, ey. Das sind Trümmerteile von Peats Boot. Willst du die nicht mitnehmen? Ne, Trümmerteile nehmen wir nicht mit. Schade, aber wenn wir auch irgendwie so einen Stein mitnehmen könnten, das wäre doch auch was Feines. Dann könnten wir mit den Steinen ja versuchen, den Biber abzuschießen. Das ist aber auch gemein, ne? So ein ganz kleines bisschen. Ist hier noch irgendwas? Der Cocktailautomat geht nicht, weil da ein Hebel fehlt und wir brauchen ein Segel, um das Boot zu reparieren. Also hat der auch keine Informationen für uns. Ha. Der Kerl ist Sieb, aber diese Flaschen haben keinen Kratzer. Hm, hm, hm. Wollen wir hier irgendwie... Ist hier was Sinnvolles? Hm, hm, hm. Haha. w h up w h up schon ein jahr links zweihalb links zweihalb links zweihalb links zwei links zweihalb links zweihalb links zweihalb danke für ein jahrs ab wie schön aber ist gut habe ich extra auf der ocarina eingespielt wie schön da ist nichts mehr drin wie schön das hat mir gefallen feuerstelle ist noch heiß hier hat vor kurzem noch jemand feuer gemacht weltklasse ja wirklich das ist schon ist schon echt top man muss sich ja auch mal selbst loben ist mega gut mega können wir nicht mit der hand hier war es so ein stein mitnehmen feuerstelle ist nicht immer nicht wenn wir mit dem mosquito reden wenn wir schon mit der garnele sprechen konnten vielleicht kann die garnele uns helfen mal langsam der widerstand ist noch nicht gebrochen du kannst hier noch nicht durch ja ja schon gut okay er hilft uns nicht na gut oder stehe ich jetzt auch voll auf dem schlauch vielleicht gehen ja auch kokosnüsse wie kommen wir denn an kokosnüsse ran ist ja nix so irgendwo kokosnüsse gesehen muss direkt mal schauen sie keine diese komischen fässer hier mit denen kann man auch nichts machen fragen fragen immer nur fragen ich meine hier ist eine gar nichts ne wo wo steinhartes bonbon das wird's vielleicht sein vielleicht können wir den bieber mit einem bonbon abschießen nimm das bieber oh mein gott wie gemein können wir die strumpfhose wieder mitnehmen geht doch ja aber das bonbon war leicht zu übersehen ne guter schuss das war beeindruckend das hat sich besser angefühlt als es sollte denke ich wir kümmern uns um den rest meine männer reißen die barrikade bereits ab hier du hast bewiesen dass du ein wahrer verbündelter des imperiums bist hier nimm das als zeichen unserer ewigen dankbarkeit eine aufgeweichte briefmarke wenn du mal etwas verschicken muss wir auf die fracht mit der marke und adresse ins wasser gültig für zwei pakete gut verschnürt unverzügliche liefergarantie okay haben wir hier noch ein blümchen frie blümchen okay das bleibt unter uns verstanden was bleibt unter uns wir können uns jetzt einfach welche nehmen wieso glaube ich da nicht dran in dem alle die es gibt ne 20 gleich werden wir irgendwie umgebracht weil wir zu viele blümchen mitgenommen haben hier war das nicht 55 haben wir jetzt aber hier ist ja noch eins 56 blümchen hey gute frau oh ja ich hab mehr als genug klasse gib her nicht schlecht kleiner also gut du möchtest zu madame jihumilele hier geht's lang tamara ist tamara der frosch hallo oh die prophezeiung stimmt du bist es die die endlich licht ins dunkel bringt oh du verwechselst mich entschuldige alte frau ich bin nicht der elektriker du musst nicht schreien ich kann dich sehr gut du bist es das schicksal hat dich an diesen ort geführt was ist das hier für ein ort hier wohne ich und hier praktiziere ich offensichtlich kein feng shui wie schon gesagt ich kann dich sehr gut hören ich ich bin kleo kannst du mir helfen nach hause zu kommen ich weiß genau wer du bist kleine die ist ja irre ja natürlich du willst wieder nach hause die begegnung mit dem kraken hat dir wohl ganz schön zugesetzt sie ist der kraken das meiste kann ich ganz einfach aus den augen lesen irre und deine augen haben nicht nur den kraken gesehen ist es nicht so einen geist hast du mit diesen augen auch gesehen nicht wahr du bist wirklich gut dieser geist er hat dich zu mir geführt ja ich habe eine abgetrennte hand und ein logbuch in einem fisch gefunden und plötzlich ist dieser geist aufgetaucht und hat deinen namen an die wand geschrieben kommt ins süppchen ja sicher ja so werde ich jetzt auch jeden postboten begrüßen mit mantel und hut du bist es was schicksal dass du uns aufgesucht hast was denn was denn was denn möchtest du wissen was ich in deiner zukunft gesehen habe ja natürlich hast du ernsthaft die hand in die suppe geworfen was habt ihr nur alle mit euren suppen willst du nun deine bestimmung wissen oder nicht ja du bist es die auserwählte wow die auserwählte ja du wirst das rätsel endlich lüften und ihn finden den schatz der ewigen erinnerung was ist das für ein schatz wir fragen nur die interessanten dinge was ist das für ein schatz er ist sehr schwer zu finden viele abenteurer und piraten vor die haben sich auf die suche gemacht aber er wurde sehr gut versteckt zu gut glücklicherweise ist bekannt von wem wirklich von wem teddy mccanelli mccanelli der erfinder von diesem lächerlichen kartenspiel krakenfodder genau der die legende um den schatz der ewigen erinnerung fing mit ihm an am ende hat man bestimmt ein episches krakenfodder match gegen ihn schon eine halbe ewigkeit ich das kann nicht sein ich bin keine was kein abenteurer kein schatz sucher kein pirat du wirst nicht nur irgendjemand sein sobald du den schatz gefunden hast wirst du der berühmteste abenteurer aller zeiten sein oh wow ich hab es gesehen glaub mir was hat es mit diesem geist auf sich auch manchmal gibt einem das schicksal einen schöps in die richtige richtung ich verstehe aber woher kannte er deinen namen du bist hier richtig bereit das große abenteuer zu beginnen für das nur du bestimmt bist eigentlich wollte ich einfach nur nach hause du hast den kraken überlebt verstehst du was das bedeutet dass ich zu etwas größerem bestimmt bin zu etwas größerem als zu einem langweiligen leben in einer bar ich es ist deine entscheidung aber bitte lass mich dir etwas mit auf den weg bringen wir jetzt sinnvolle items ein geschenk ein schnauzbad oh was kommt da jetzt was ist das sie nach ah hey honig wie geht's dir frohes neues Decke zur Seite ziehen ist das ein toter vogel ein Papagei ein berühmter Pirat mit Papagei auf der Schulter mit allem drum und dran richtig dieser Teil deines Wunsches wäre damit schon mal erfüllt euer unser Papagei ups ob du dir den restlichen Wunsch auch erfüllst wie schon gesagt es ist deine Entscheidung ja nimm den Papagei ist der tot was sei nicht albern der schläft was hast du gestern gemacht ähm gegessen in der wanne gesessen und gespielt finde ich ist eine top Beschäftigung für für ein Silvester Tomate dürfen wir die einfach mitnehmen anscheinend die Tomate sah aber ganz schön haarig aus wow ziemlich gut sortiert ordnung ist das wichtigste ansehen eine schüssel die zur hälfte mit glasaugen gefüllt ist mh kann nicht unheimlich okay mehr ist ja nicht du weißt alles was du wissen musst kleine ja ist ja gut was du daraus machst liegt ganz bei dir ab hier kann ich dir nicht mehr weiterhelfen alles alleine traurig wie meinst du das hängen überall diese seltsamen spiegel ähm können wir können wir ist das könnte das ein ersatz für den hebel sein wo kommt man da dran können wir den Papageien wiederbeleben er schläft hm hm spielen wanne aber woher weißt du denn dass ich alleine war abgesehen davon dass es so schön ist alleine zu sein ähm war ich aber gar nicht wir haben gestern doch auch discord party gemacht beim spielen ja aber wir haben ja dennoch gespielt wie viele leute hättest du denn gern in der wanne alle ich finde das klasse mit der sirene können wir auch nicht mehr reden trümmer interessieren uns nicht der stein mit können wir auch nichts machen hm was könnte man mit der tomate machen ich habe die discord party verpasst es war bestimmt nicht die letzte honig wir wir lungern sehr oft darum ha malte mensch ich habe kein segel und kein hebel für dich Mist er funktioniert nicht ich glaube es fehlt der hebel ist echt so was denn dass wir dass wir öfter mal im discord sind hast du ein öffentlichen ja ja ausrufezeichen discord ausgeschrieben doch doch der command ist da aber ich sage ja discord musst du die mühe muss man sich schon machen man muss schon discord schreiben die feuerstelle ist noch heiß hier hat vor kurzem noch jemand feuer gemacht da klicke ich dann auch mal falsch auf den joint button sind alle immer herzlich willkommen ne dafür ist es ja da was ist denn das da sieht aus wie ein holzbein was ist denn das da oh das könnte ein hebel sein heutzutage hat doch keiner mehr zeit das auszuschreiben aber fritzor hat es geschafft weil ich muss ja sagen dc ist für mich ein disconnect ne nicht discord ich assoziiere das null damit ist ist ich glaube es fehlt nehmen wir das mal als hebel guck mal wie schön hallo sie sehen aus als könnten sie einen drink vertragen hm aha aber welchen drink müssen wir machen oh wofür bräuchten wir jetzt ein drink hm ich habe den automaten repariert eine bloody mary wir haben ja wir haben ja ein cocktail rezeptbuch bekommen und dann ausrufezeichen do ne 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 ausrufezeichen discord ist schon voll okay bin ich für ich bin altmodisch wir kriegen keine belohnung hm hm ein vernünftiges wegel damit könnten wir es wahrscheinlich schaffen hier weg zu kommen okidoki okidoki will wir diesen Papageien wiederbeleben weiß ich auch nicht vielleicht braucht der Papagei einen drink so was haben wir hier ich merke schon das wird nichts ne ich bin sehr resistent bei sowas nahtod on the beach brauchen wir nicht aber vielleicht könnten wir damit den Papageien aufwecken coffee to know was gibt es denn da risky on the docks ne ne risky brauchen wir nicht für den Vogel aber coffee to know vielleicht können wir den damit auf aufheben aufwecken medregenwasser kaffee ok aber wir werden das hier brauchen michael herr ach herr jordan während mundgeruch ach gestoppelt nicht rasiert während mundgeruch ein tattoo auf dem bizeps und ein lückenloser schwarzer balken unter den fingernägeln schon lange voraussetzung für eine festanstellung auf see sind wollen moderne arbeitgeber immer häufiger auch einen stoppeligen nachweis für ihre tauglichkeit sehen ein vernünftiger bart katapultiert sie auf dem arbeitsmarkt weit nach vorne der michael herr jordan ist ein beliebter drink um das sprießen der erfolgsgarantierenden zottel zu beschleunigen die oh mein gott eine reife testos tomate die reife einer testos tomate erkennt man wie auch bei anderen fünf uhr schattengewächsen an der stoppeligen unterseite unsere tomate hat eine stoppelige unterseite die seltene tomate reift nur in einer finsteren und gut bewässerten umgebung okay whisky die tomate und kokosmilch ich bin jetzt in gefühlt ich bin jetzt in gefühlt hundert discord server server war ja ich bin auch im moment am austreten wird mir auch zu viel ab jetzt muss man sich das richtig merken immer den falschen knopf noch mal das buch basis ist whisky modifier die tomate flavor milch basis whisky erstaunt mindestens 18 mindestens 16 keine ahnung aber es ja gibt nur einen whisky jagdunfall markenbitter modifier die tomate und flavor kokosmilch wo ist die kokos wo ist die kokos und der hebel nutze sie alle mittelprächtig ich sehr wenig ja das können wir dann dem sumpfmonster geben oh wow die kokosmilch ist jetzt leer oh nein oh ja dann bleibst du beim nächsten pokémon spiel auch resistent ähm ja nein nein quatsch das ist doch kein kein remake dieses acos oder wie das heißt das ist ja ein ganz neues spiel das äh da bleibe ich sowas von gar nicht resistent das wird sich gegönnt ich gruppiere lieber bevor ich austrete ja ja gruppierungen habe ich schon gruppierungen sind schon da ich habe einen drink für dich bis später mein inventar er soll zum bart wuchs anregen so ran da oh Junge ich glaube es ist soweit ich wusste es ist der bart jetzt da ja ja ich weiß ich muss weg Süße hab noch Termine du verstehst machen wir da jetzt keine große Sache draus ich steh nicht so auf den großen abschied und so du wirst mich nicht vergessen so wem muss man hier eine reinhauen um einen drink zu bekommen wow willkommen nehmen jetzt haben wir Seide jetzt haben wir ein segel für das Boot bin leider ein Opfer ich kaufe alles ich musste mich ja auch sehr zusammenreißen mir das eine spiel nicht zu kaufen aber ich war halt echt stark ne und ich habe mir just dance als alternative geholt fand ich auch gut ein segel das hier könnte man als segel nutzen was ist das ein kokon von einem sumpfmonster mit einem schnurrbart wer kennt es nicht tolles material wow windundurchlässig das könnte tatsächlich funktionieren ja sieht gut aus ich pack alles zusammen sieht aus wie der Kartoffelmann von Toy Story oh stimmt Hausfrau stimmt du hast recht Cleo stellte den Papageienkäfig an Bord und half Malte die Versuch 38 zu beladen mit einem Ruck hisste Malte das neue Segel und tatsächlich es gelang ihnen mit dem alten Boot die Strömung von Miracle zu überwinden ja doch bevor Cleo etwas sagen konnte befahl eine völlig fremde krächzende Stimme auf nach McAnally Palms der Papagei lebt er schläft gar nicht mehr Kapitel 2 das ihr Licht der versunkenen Galerie endlich das Ehrlicht des Ignaz das hatten wir doch schon das Ehrlicht wurde gestohlen das Ehrlicht wurde gestohlen oh nein oh oh wie gemein was für ein Schurke was für ein Schurke wow 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 Moment mal was? glaubst du mir nicht? Käpt'n Kabeka soll ein Betrüger sein? ein hinterhältiger nichtsnutziger Lügner und Betrüger jawohl und übrigens viel kleiner als alle denken und diese ganzen großen Abenteuer gab es überhaupt nicht? natürlich gab es die aber es waren meine Abenteuer die Abenteuer von Captain Avery Alwick ich komme immer noch nicht ganz mit du warst dieser Geist in der Bar meines Vaters und das war deine Hand in dem Fisch ja ja ew ich bin im Körper von diesem Papagei verstehst du es denn nicht? ich war tot diese alte Frau hat dich wieder erweckt wundert es dich? bei dem Schimmelbefall da unten wundert es mich eher dass dich das gesamte Mobiliar mit ihr sprechen konnte aber wieso? na weil ich dir helfen kann ihn zu finden ihn zu finden? den Schatz? der ewigen Erinnerung ei niemand war je so dicht dran wie ich und du meinst wir könnten diesen Schatz tatsächlich finden? ja genau mein Spielgeschmack meiner auch dieses Spiel holt mich zu 100% ab es ist witzig es ist rätselig es ist so schön im nautischen Nebel? das Setting finde ich auch gut brauchen wir dich ein Ehrlicht um in diesem Nebel zu navigieren ohne ein Ehrlicht finden wir auch nicht nach Pambo Island deswegen müssen wir zuerst nach McAnally Palms um uns ein Ehrlicht zu besorgen verstehe also was nun Kleine? wo geht's hin? nach Hause? oder McAnally Palms? in Ordnung Vogel lass uns diesen Schatz finden ja jetzt werden wir Pirat Leute habe ich richtig Nackenschmerzen wie wäre es mit einer Wärmflasche? oder so ein Wärmekissen und? willst du einen Keks oder so? ach halt den Schnabel und so segelte die Versuch 38 mit Cleo einem sprechenden Papageien Malte dem Cocktailmixer und seinem marktführenden Cocktailmixautomaten Richtung McAnally Palms im Bus? oh ok irgendwie gehe ich immer davon aus dass man Twitch zu Hause guckt und was jetzt? irgendwo in der Nähe dieser Insel liegt die versunkene Galerie der seltenen Gegenstände die Galerie nennt sich Attilantes dort muss es ein Ehrlicht geben besorg uns das irgendwie versunkene Galerie Attilantes Irrlicht irgendwie alles klar aber dieses Spiel hier ähm ist auch von einer Person alleine entwickelt worden das finde ich auch ganz cool und ich glaube es ist sogar ein Deutscher finde ich voll cool ich habe eine Menge mobiler Daten ja ich nicht ich nicht können wir hier noch was klären? wie war der Plan? nochmal kurz zum Abgleichen wie war nochmal der Plan? wir schnappen uns den Schatz der ewigen Erinnerung und wurden damit die berühmtesten Abenteurer aller Zeiten alles klar und diesen Schatz holen wir uns wie noch gleich? der Schatz liegt auf Pambo Island verborgen im nautischen Nebel aber um durch diesen Nebel zu navigieren also gar keine Hinweise wie wir hier an dieses Ehrlicht kommen alles klar wow wo sagtest du finden wir dieses Ehrlicht? ich bin mir sicher in der Nähe dieser Insel liegt die versunkene Galerie Attilantes alles klar das musst du uns besorgen wie kommen wir da hin? wir stehen auf einem Boot verdammt nochmal trage eine Karte der Gegend auf und sag dem Schluckspecht da oben er soll uns hinfahren okay ich gehe dann mal weitermachen in Ordnung eine Karte wir können ja nochmal mit dem Typen da oben reden so zur Sicherheit ich kann es immer noch nicht glauben das mit dem Segel und so endlich mal eine neue Umgebung und kein ständiges Reparieren mehr habe ich gut gemacht bis morgen früh die Sonne aufgeht fahre ich dich hin wo du möchtest hatte ich ja versprochen Versuch 38 steht zu deiner Verfügung mhm bis später seine Meinung ist uns egal oh wie nett das hier aussieht Ingo Herzlich Willkommen auf McAnally Palms mein Name ist Ingo doch was kümmert mein Name richtig hier dreht sich alles um dich was kann ich für dich tun was macht dich glücklich immer raus damit wow du bist ja gut gelaunt das spielt doch keine Rolle was würde deine Laune steigern lass mich raten bisschen weg vom Trubel oder ja du bist hier um zu angeln richtig gute Wahl eigentlich nicht doch doch kein Problem wir kriegen eine Angel Besucher von McAnally Palms erhalten als Dankeschön eine original McAnally Palms Angel mit drei ich wiederhole drei verschiedenfarbigen Angelschnüren bitte sehr eigentlich wollte ich sehe ich da ein Lächeln sehe ich da den McAnally Palms Funken überspringen wie kann man da wieder stehen ich fühle es ich fühle es das klingt wie eine Provokation nee ich bin voll dabei ich bin voll drin ich suche den perfekten Ort um ungestört und erfolgreich zu angeln ja angeln er lag bestimmt schon direkt vor deiner Nase Hauptsache dir geht es gut recht hat er recht hat er hier nimm diese Karte und wir haben eine Karte bekommen dann findest du dich in der Umgebung zurecht zog dich aus ich ähm und wenn du dich ausgeangelt hast dann empfehle ich die großen Sehenswürdigkeiten auf und um McAnally Palms die Leuchtpilzinseln die versunkene Galerie Atilantis die Panemu Bay und du hast Glück im Moment gibt es eine Ausstellung über den berühmten Teddy McAnally im McAnally Hotel oh wow das muss man gesehen haben Moment richtig Moment mal Ingo wo ist diese Ausstellung ich muss sofort dahin alles klar er ist richtig gut vorbereitet ne hier aber wo du kannst ja quasseln wie ein Wasserfallmädchen finde ich gut aber das ist jetzt die Zeit um dich zu entspannen alles klar heute geht es nur um dich wenn du noch was brauchst findest du mich hier okay genieß den wundervollen Abend und viel Glück mit den Fischen ja danke ja Atilantis da was sind denn diese Kreuzchen hier sind so kleine Kreuzchen drei Stück hinweis auf den Ausstellungsraum okay die Angel und Köter okay ah wie schön das hier aussieht Finger weg okay Hallo oh das ist ja auch eine nette Wahnsinn angekommen oder ich verlasse die Sonnenliege seit Tagen nicht so lange die Sonne scheint ich lass mich so richtig schön durchbräunen ja das läuft ja gut nicht wahr das Geheimnis ist sich regelmäßig einzucremen ich will auf keinen Fall einen Sonnenbrand bekommen wo wir gerade dabei sind würdest du mir den Rücken eincreme äh komm wir sind wir sind hilfsbereit ne okay meinetwegen vielleicht gibt sie uns voller Sonnencreme vielleicht gibt sie uns ein Dankeschön guck mal wir haben Sonnencreme bekommen Klamotten angeln meinst du angeln? ne man kann die sich nur angucken mit der Angel kann ich da nicht interagieren das geht nicht hier ist dieses komische Hotel was haben wir hier was haben wir hier gruselige Sachen ein altes heruntergekommenes Holzkreuz der Name darauf ist schon gar nicht mehr zu lesen hier liegt Star Pianist Antonio Leiter Randy wow beeindruckender Grabstein die war ne Idee ja vielleicht brauchen wir es ja gar nicht ne hoffen wir es mal hier steht wenn das Leben dir Zitronen gibt hier liegt der berühmte Limonadenhersteller und unverbesserlicher Optimist Benny Badbreath von Zitronenbaum erschlagen oh nein da wächst sogar ein kleiner Zitronenbaum nimm ne Zitrone mit yes gut Kind gut Moment mal Point und Click Adventure sind tot? was? das glaube ich ja nicht das da hinten muss der nautische Nebel sein von dem Avery gesprochen hat wir brauchen dieses Irrlicht um da drinnen nicht die Orientierung zu verlieren das sieht gruselig aus ne hier liegt Magen Britta begraben mit dem was ihr am liebsten war jetzt muss ich auch dran denken wie lange ich habe schon so lange keine Fanta mehr getrunken dieses Getränk reizt mich auch so gar nicht was ist denn hier noch alles das ist ja riesig ups ups hier ist ein Bedienpanel um den Parabol Spiegel des Leuchtturms zu drehen hm wenn die Tür offen steht heißt das man darf reingehen und alles anfassen richtig? oh ja ja der Hebel lässt sich nicht bewegen da steht man muss erst diese Schraube lösen um den Spiegel zu verstellen aber die sitzt ganz schön fest ich bin leider süchtig nach Fanta das ist der große McAnally Buch Verlag besuchen sie jetzt die große Teddy McAnally Ausstellung im McAnally Hotel ne ein fetten ja wäre eine gute Idee das wäre eine gute Idee oh hier können wir angeln angeln starten aber besser nicht vielleicht wird das nochmal wichtig aber wir machen erstmal die Aufgabe für die wir eigentlich hierher gekommen sind wir sollten eine Karte der Umgebung holen um zu gucken wo die Atelantis ist hier Vogel ich gehe dann mal weiter in Ordnung wir haben die Karte wo ist sie denn segel setzen Malte segel setzen Malte segel setzen Malte nach da da steht da steht herzlich willkommen in Atelantis bitte Ticket hier entwerten Mist ich brauche ein Ticket wir haben so nur eins führt das Hotel ne ja Hotel wollen wir das hier trotzdem reinstecken ne ok ok dann bringt das hier tatsächlich nichts ah schade Briefmarke bringt auch nichts segel setzen Malte aber wir können wir können uns auch die anderen Sachen angucken oh was gibt es denn hier noch so noch eine Angelstelle Löcher in der Erde ansehen die Leuchtpilze sind einfach abgehauen ok auf dem Schild steht in sehr sehr kleiner Schrift bitte nicht zu nah herantreten aha diese Leuchtpilze sind sehr scheu und ziehen sich sofort zurück sobald sie sich bedrängt fühlen jeder dieser seltenen Pilze ist unterirdisch mit einem entsprechenden Zufluchtsort verbunden interessant wie süß aber auch das bringt uns nichts hier ist noch ein Angelspot wir werden noch Hinweise für das Angeln bekommen müssen gehe ich mal von aus segel setzt und was ist da und wir werden garantiert auch noch irgendwie so einen Pilz brauchen diese blöden Pilzen auf dem Schild steht bitte nicht diese Leuchtpilze jeder dieser seltenen Pilzen angeln dann gehen wir zur Insel zurück ich glaube jetzt zum Nebel zu fahren bringt ja eh noch nichts dann können wir es hier mit der Sonnencreme versuchen das sollte helfen die Schraube zu lösen ew ew aber mit der bloßen Hand kann ich die Schraube trotzdem nicht lösen ok Werkzeug brauchen wir auch noch dann runter und gehen wir jetzt mal ins Hotel dann können wir hier noch rein ne hier kommt man nur gucken ok ein Fass randvoll mit pechschwarzer Tinte da sollte mir besser nichts wichtiges reinfallen mhm haben wir Items können wir da drin angeln ne das Poster haben wir uns schon angeguckt ja dann gucken wir uns das mal an oh hallo das sieht ja hübsch aus was ist hier für das steht Kassandra Stream Achtung Ertrinkungsgefahr oh hier steht kein Durchgang schade oh oh nein danke wir sind sowieso restlos ausgebucht ok boah wie frech die kleine ist ne hier soll es eine Ausstellung geben hier soll es eine Ausstellung geben das ist richtig in den Räumlichkeiten direkt hinter mir gibt es eine exklusive Ausstellung rund um das Leben und den Tod von Herrn Teddy kann ich mir die Ausstellung ansehen ha die ist nur für Gäste des Hotels vorbereiten aber wir haben irgendeinen tollen Zettel komm wir quatschen mal noch und Fanta sieht von der Farbe her sehr radioaktiv aus oh muss ja sagen wenn wenn ich mir was Süßes zu trinken hole dann am liebsten die Paulana Spezi die ist richtig gut das ist mein Lieblingssüßes Geträn das ist mein Lieblingssüßes Geträn das ist korrekt nach seinem Ableben ließen seine Nachkommen dieses Hotel errichten direkt angrenzend an seine Gruft um ihn damit zu ehren und um nach seinem Toten noch mehr Geld zu machen und um ihn zu ehren natürlich natürlich der Pianist ist wirklich gut natürlich Sam ist der Beste der beste Ersatz seit der große Antonio Leiterin nie von uns gegangen ist er weint meist am Piano er hatte alle Lieder über Teddy McAnally und einige große Abenteurer geschrieben wirklich schade dass er tot ist er wurde auf dem Friedhof hinter dem Hotel begraben wenn du es dir ansehen magst dein Grabstein allein ist schon die Reise nach McAnally Barms wert ok schon mal was vom Schatz der ewigen Erinnerung gehört ach das schon wieder was denn was denn ich kenne die Lebensgeschichte von Teddy McAnally in und auswendig und da gibt es nichts was mit einem solchen Schatz zu tun haben könnte ich glaube nichtmals aber wie kommen wir an ein Ticket um nach Attilantis zu kommen frag danach du suchst nach einem Mythos kleine absolute Zeitverschwendung nein ich bin dann mal wieder weg besuchen sie meine Items obwohl wir gucken uns erstmal noch ein bisschen hier um oh das werden wir doch bestimmt brauchen oder oder das ist hier von den Kickstarter Supportern oder so Pst ok ok war gut was macht sie denn da ich will auch nach Attilantis Bist du Gast hier im Hotel? klar bin ich das laut diesem Reiseführer ist ein Aufenthalt im McAnally Hotel ein absolutes Muss verrätst du mir deine Raumnummer? als ob in meinem Reiseführer steht dass in diesen Hotellobbys oft Taschendiebe unterwegs sind ach ich bin noch kein Taschendieb ich will nur deine Raumnummer wissen ähm lieber nicht wieso sollte man einer fremden Person auch die Raumnummer geben? wie dumm ist das denn? also ist ja normal von ihr aber in meinem Reiseführer steht dass man auf jeden Fall ein Tagebuch führen sollte weil es auf McAnally Palms so viel zu sehen und zu erleben gibt der Friedhof, der Leuchtturm, die Panemou Bay, die Leuchtpilzinseln, die versunkene Galerie Atlantis mhm hast du gerade Attilantis gesagt? warst du schon dort? es soll Arte behoben sein ich hab kein Ticket noch nicht, aber ich muss unbedingt dorthin ich habe das Ticket schon vor Wochen besorgt das wird ein echtes Highlight was willst du für das Ticket nach Attilantis haben? das gebe ich nicht her oh spielen wir jetzt Krakenfodder um die Tickets? in diesem Urlaub schon Krakenfodder gespielt? im Reiseführer steht das gehört zu diesem Trip irgendwie dazu aber alle wollen immer nur mit Einsatz spielen das ist mir viel zu riskant oh no deine Entscheidung wenn du damit leben kannst eine Herausforderung im Kraken fordern in den heiligen Hallen des McAnally Hotels feige abgelehnt zu haben das macht sich bestimmt gut in deinem Reisetagebuch hm nein wirklich nicht zu riskant da springt die nicht drauf an du liebst deinen Reiseführer was? natürlich ich werde auch nicht riskieren hier irgendwas zu verpassen ich habe mir vorab schon alle Tickets gekauft die man für diese Reise benötigt boah wenn ihr reist holt ihr auch vorab Reiseführer und guckt euch alles schon vorher an wie man sich im Urlaub entspannt wie ich an das perfekte Souvenir komme oder seid ihr mehr so die spontanen ein Pilz von den Leuchtpilzinseln aber die sind so gut wie unmöglich zu pflücken ok sie will einen Pilz gehst du denn niemals ein Risiko ein? niemals noch nie ohne Stoppersocken die Treppe runter gerannt das ist ja gefährlich was zur Hölle mit Zahnbürste im Mund die Betten aufgeschlagen niemals gehst du denn nie noch nie ohne Stoppersocken die Treppe runter gerannt niemals gehst du denn nie noch nie den Toast niemals ach man gar nichts davon oh verrückt schonmal was vom Schatz der ewigen Erinnerung gehört? der Schatz der ewigen Erinnerung? davon steht nichts im Reiseführer wo ist das? ach vergiss es na gut ich komm später nochmal wieder mit einem Pilz am besten ja ja können wir uns vorbeischleichen? hey 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 stopp ein Tritt nur für Hotel Gäste ja aber ich achi na oh oh hat sie gesagt wie sie heißt? hat sie gesagt wie sie heißt? ophelia thompson hm zimmernummer raum harz 10 wusst ichs doch die raumnummer Mist 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 steht der Name Fleur im Buch? oh das wollte ich nicht schauen wir mal schauen wir mal Madison F. Walker Raum 3 werden wir das schon mal wir versuchen es einfach mal das war ein Kreuz ne? ist das ein Kreuz? ich kenn mich mit diesen Karten Symbolen nicht so gut aus Raum Kreuz 0 3 hm soweit alles in Ordnung bereichstellige Prüfziffer oh nein ein Kreuzziffer ernsthaft na ähm oh nein 5 ja 6 4 was die die wie ich okay na gut es ist eine gewaltige Statue von einer Hand die eine Kraken vor der Karte hält was gibt es da so? okay diese blöde Prüfziffer aber ich bin besucht und mit dem Zettel können wir gerade nichts anfangen ne ja gut ähm vielleicht oh wer war was war sie konnte sie uns nochmal irgendwas erzählen vielleicht? gute die sehr blasse Dame was wolltest du sagen? oh bist du Gast hier im Hotel? oh ich hab ganz vergessen mit ihr zu sprechen damit ich einen möglichst kurzen Weg zum Strand habe darf ich deine Zimmernummer erfahren? natürlich cool und deine Prüfnummer? soll ich sie mir zusammen mit dem Code für den Zimmer safe notieren und dir eine Tragetasche mitgeben? ja bitte okay deine Haut hat mich so geblendet, dass ich die Ironie nicht hab kommen sehen schon mal was von der versunkenen Galerie Attilantis gehört? das ist eine dieser Sehenswürdigkeiten von McAnally Palms, richtig? dafür habe ich keine Zeit ich bleibe hier in der Sonne liegen, bis ich braun genug bin schon mal was vom Schatz der ewigen Erinnerung gehört? für so einen Quatsch interessiere ich mich nicht na gut dann nicht gute Frau dann nicht hier ist nur noch die Karte aber cool, wie düster das jetzt hier wird die Zitrone haben wir bekommen ja, ja diese Gruft kann man sich nicht ansehen okay, mehr gibt's nicht oh, hatten wir die Grabsteine schon? bei denen hier war's der Männer schnupfen vielleicht die Tinte für die blasse Frau benutzen? der da drüben hat einen gruseligen Kettenbrief nicht weitergeleitet aber wie kommen wir an die Tinte ran? bräuchten wir noch irgendwie einen Behälter? die Kokosnussschale vielleicht vielleicht versuchen was fragt sich was die Frau mit der Tinte machen möchte ne 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 soweit kann ich hier gar nichts nutzen ich kann mit der Kokosnussschale die Tinte nicht aufheben dabei hätte ich ja eigentlich gesagt oh, das ist voll logisch aber nicht so vielleicht können wir mit ihm nochmal reden vergiss es den Kerl spreche ich nie wieder an okay dann versuchen wir mal hier ist noch ein Schild auf dem Schild steht Blick auf die Panemo Bay hey, das ist doch die Bucht von der Bad Herr Piet gesprochen hat vielleicht kann uns der Piet erzählen wie wir angeln sollen vielleicht weiß der das ach so, scheiße, das ist Malte ach was hältst du davon, dass wir in den nautischen Nebel segeln das wird sicher ein Abenteuer keine Sorge naja Sorge, bevor ich an dieser felsigen Insel gestrandet war hatte ich auch meine Abenteuer du weißt doch, ich habe Cocktail Rezepte gesammelt in aller Welt auch an gefährlichen Orten mach dir um mich also mal keine Sorgen traust du diesen Papageien? um ehrlich zu sein das geht mich nichts an dem Vogel zulde ich ja nichts, sondern dir kann der Vogel irgendwas machen? bis später okidoki da ist eine Frau im McAnally Hotel, die ein Ticket nach Attilantes hat worauf wartest du? oh mein Gott der Vogel das ist ja zum verrückt werden lass dir was einfallen ich denke ich könnte es beim Kraken fordern gewinnen aber sie wollte nicht mit mir spielen die Frau ist einfach zu verkrampft wenn ich sie doch nur irgendwie ein Cocktail ein Cocktail es gab ein Risky Cocktail glaub ich Risky on the dogs Tequila Brausepulver Zitrone aha die Basis ist Tequila Moment Basis Tequila Modifier Brausepulver Flavor Zitrone haben wir haben wir den Brausepulver? ne doch haben wir, haben wir die neue Brause Zitrone Zitrone und Mix oh yes fange an diese Blechkiste lieb zu gewinnen vielleicht gewinnen wir jetzt kann man hier speichern schon den brandneuen McAnally Cocktail probiert? davon steht hier nichts im Reiseführer deswegen heißt er ja auch der brandneue McAnally Cocktail oh wow lass mich mal probieren jetzt können wir spielen steht hier noch irgendwas? Bist du von Drink mit Brause breit bis zu Risiko breit diesem weltbekannten Zitat bleibt nicht viel hinzuzufügen der Risky on the dogs ist ein klassischer Brause Cocktail und fördert stark die eigene Risikofreude während sich dieser Drink in der Messerwerfer Szene großer Beliebtheit erfreut fordert der Vorsitzende des Karibischen Versichererverbandes Odas Brause wuchst du? schon seit vielen Jahren ein Verbot des Getränks oh nein find ich gut find ich gut find ich gut na jetzt Lust auf ein Spielchen? oh das klingt aufregend was ist der Einsatz? diese einzigartige Briefmarke? ich sammle keine Briefmarken mehr viel zu diese wunderbaren Angelköder? die hab ich selbst die bekommt doch jeder hier bei der Ankunft auf McAnally Paul Mist ich überlege mir noch was bin gleich zurück ich warte hier kannst kauber warten Mist Psst ich wehe du sagst jetzt ich so ich spiele dieselben Lieder rauf und runter jeden Tag ich meine es sind wirklich gute Lieder keine Frage aber immer und immer wieder hast du das komponiert? ich? bist du verrückt? die würden mich direkt hier im Cassandra Stream ersäufen wenn ich eigene Lieder spielen würde hier drin werden nur Lieder von Antonio Leitarendi gespielt Antonio Leitarendi? er war der Star Pianist von Seine Lieder sind weltweit bekannt und handeln von großen Berühmtheiten und Legenden wie Captain Kabeca, Schneidebrett Pit und natürlich Teddy McAnally höchstpersönlich und du darfst nur Lieder von diesem Leitarendi spielen? so ist es zum Glück ist der Tag bald rum na dann halt durch das klingt nach ganz viel Fun wie kommen wir an die Pilze? die Frau wollte ja diese Leuchtpilze haben und das ist nicht horrible so ist es im Gendarm kann der Vogel die nicht pflücken? ne ich genau Diese blöden Pilze sind einfach abgehauen. Naja, versuchen wir es mal. Und was passiert jetzt, wenn man angelt? Klischeehaften Stiefel? Hat sie den jetzt wieder ins Wasser geworfen? Einen kleinen grünen Fisch, okay. Braucht man den wohl für irgendwas? Eine Flaschenpost. Diese Flaschenpost ist nicht relevant für die Story oder Rätsel des Spiels und wurde von einem Crowdfunding-Unterstützer verfasst. Oh, cool. Nehmen wir jetzt... Oh. Ups. Nein, 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 nein. Stopp. Stopp. Wegwerfen. Ah, okay. Also es macht immer die Kombination aus. Jetzt nehmen wir mal... Ach Gott. Ich wollte gerade sagen, wir nehmen den Fisch und dann habe ich auf den Fisch gedrückt, anstatt auf den Pfeil. Ich vollidiot. Macht Spaß. Oh ja. Aber vielleicht würde es helfen, wenn ich wüsste, wonach ich überhaupt suche. Mhm. Vielleicht hilft das. Wir wissen es aber nicht. Ist der Fisch jetzt wohl weg? Ein mittelgroßer rötlicher Fisch. Oh. Und der kleine ist weg, ja. Oh Gott. Wir können ja jetzt den mittelgroßen rötlichen Fisch nehmen. Was kommt jetzt? Der Stiefel. Ah. So. Was kann man sich hier wohl erangeln? Ich bin schon richtig gespannt. Sehen wir mal blau. Und den Fisch. Ob das hier wohl irgendein System hat? Bestimmt, ne? Mist. Macht Spaß. Aber vielleicht würde es helfen, wenn ich wüsste, wonach ich überhaupt suche. Hol dir jetzt nochmal alles bis zum roten Fisch. Mhm. Gut gemacht. Wir können hier nicht irgendwie auf die Rückseite. Malte. Der Vogel kann uns dazu nichts sagen. Ich gehe dann mal weitermachen. Segel setzen Malte. Los Malte. Oh. Oh. Aha. Man könnte jetzt auch einfach so angeln. Okay. Das will ich aber gar nicht. Schön, dass es geht. Weil ich will gar nicht. Und hier waren auch nur Pilze. Was ist das schwierig jetzt? Los, Malte. Ach, sei doch nicht so. Willkommen zurück, Fredi. Ich komme nicht weiter. Ist auch kein Hinweis, was man am besten angeln sollte. Hm. Das ist der große Macanelli Buchverlag. Kann man den Fisch einfärben? Bringt das irgendwas? Ne. Und sie sagte ja auch, man soll da nichts Wertvolles reinfallen lassen. Besuchen Sie jetzt die große Teddy-Macanelli-Ausstellung im Macanelli-Hotel. War komisch, dass sie mit dem nicht mehr reden will. Finger weg. Okay, mit ihr gibt es auch keine Interaktion mehr. Dann halt nicht. Was gab es im Hotel? Hier kommen wir nicht rein. Weil da steht kein Durchgang. Schade. Sie will die Pilze, an die ich nicht rankomme. Da komme ich nicht rein. Ist noch irgendwas Gutes in dem Buch? Aber hier fehlen diese... Hier fehlt dieser Code. Das ist schade. Hier ist nichts. Vielleicht können wir die Frau hier ausrauben. Mit ihrem tollen Rucksack. Ne. Schade. Oh, was ist das denn? Das ist ein großer Glaskontainer, der bis zur Hälfte mit Korken gefüllt ist. Mhm. Ist wohl so ein Deko-Ding. Ich glaube, es fällt nicht auf, wenn ich mal ein paar mitnehme. Wofür könnte man die denn bitte brauchen? Vielleicht kann man die Kronkorken... Ach, die Kronkorken. Diese Korken in die Löcher von den Pilzen stopfen. Ganz eventuell. Ganz vielleicht. Und dann machen wir Chaos und dann explodieren die Pilze. Löcher? Ja, hier. Die Pilze hinterlassen ja so Löcher. Jetzt können wir die Korken hier reinsetzen. Ah, und dann, weil die gehen jetzt gerade zu der anderen Insel, die ganzen Pilze. Und wenn wir jetzt auf der anderen Insel sind, können die Pilze, die hierfür bestimmt sind, nicht rüber. Aber dann können wir die pflücken. Ha! 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 Malte! Malte! Rüberschippern da! Sind das die? Nein! Oh, geht das doch nicht auf? Ah, guck mal! Die Klemmen! Hahaha! Juhu! Jetzt können wir Krakenflodder spielen! Segel setzen, Malte! Das war ja trickig. So, gute Frau. Na, jetzt Lust auf ein Spielchen? Was ist der Einsatz? Äh, die Pilze. Wie wäre es mit einem Leuchtpilz? Ein Leuchtpilz? Von den Leuchtpilzinseln? Mhm. Gut kombiniert. So ist es. Hm. Das wäre echt das perfekte Souvenir für meine Reise. Einverstanden. Oh, yes. Alles klar. Und wenn ich gewinne, bekomme ich das Ticket nach Attilantes. Oh, was für ein Einsatz. Ganz schön riskant. Ja, jetzt wird's richtig aufregend. Kann's losgehen? Ja! Und ab. Lass uns loslegen. Können wir jetzt wohl mogeln? Nein! Der bringt den doch um. Die. Oh, so ein Mist. Zum Glück ist die beste Kanone von dem jetzt kaputt. Immerhin etwas. So, und den schießen war kaputt. Ich hab' den Kapitän. Und? Oh! Oh, nein! Oh, ich verliere voll! Immerhin ist auch die Hexe tot. Gott sei Dank. Oh! Wie viele hat sie genommen? Eine. Nehmen wir zwei. Ah, ja, 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 das gefällt mir. Na, Mist. Ich hab' nur noch eine Kugel. Uff. 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 Aber ich hab' jetzt keine anderen Karten mehr, die irgendwas wiederbeleben oder so. Jetzt haben wir beide... Oh, unentschieden! Oh, nein! Nochmal! Oh, ich liebe es! Los! Nochmal! Alles klar! Weiter! Oh! Immerhin. Immerhin hab' ich gewonnen. Gut, dass das jetzt ein anderes Spiel ist. Zerschießen! Zerschießen! Der Kraken! Okay, ich glaub' diese Runde könnte besser werden. Oh, nein. Immerhin hat der Kraken von dem eine wertlose Karte kaputtgemacht. Mh... Dein Gegner hat keine Kanonkugel mehr, kann deine Karte deshalb nicht angreifen. Ja, ja. Glaub an das Herz der Karten! Hey, Romy! Frohes Neues! Ach, wir hatten... Wir haben ja schon gesprochen. Geht's dir? Zerschießen! Oh! Oh! Oh, nein! Oh, gut, dass ich gewonnen habe. Oh. Müde, alt, so viel immer. Ja. Ja, aber ich bin, also mir gefällt das Spiel so gut, ich bin richtig hyped. Dabei ist es jetzt eigentlich, ich hatte gar keinen Mittagsschlaf heute, sagen wir es mal so, ne? Ganz schlimm, ganz schlimm. Die Hexe. Oh, nein. Oh, nein. Nein. Wieso würfelt die... Boah, diese Frau ist so ein Schwein. Komm, würfel ordentlich. Unentschieden. Gehen jetzt beide kaputt? Nochmal würfeln. Puh. Okay, die Frau hat nur noch zwei Karten. Das kriegen wir doch wohl hin. Das ist doch machbar jetzt. Zwei Sechsen. Oh, das heißt, jetzt wird auch sogar so ein doofes Kartenspiel richtig aufregend. Puh. Gewonnen. Das war ein Nervenkitzel, was? Ja. Aber Spaß habe ich schon ewig nicht mehr. Schön, dass du Spaß hattest. Und ich habe gewonnen. Her mit dem Ticket. Jetzt haben wir die Leuchtepilze und das Ticket. Jetzt können wir nach Attilantis. Nice. Komm, Malte. Segel setzen, Malte. Wir haben ein Ticket. Boah. Das sieht ja cool aus. Oh nein, und der Vogel kommt gar nicht mit? Herzlich willkommen in Attilantis, der versunkenen Galerie äußerst seltener Gegenstände. Noch nie im Leben zuvor hast du eine solche Zusammenstellung von Seltenheit in einem Raum gesehen. Noch einmal tief Luft holen, denn es verschlägt einem den Atem. Und los geht's. Was denn? Was denn? Was passiert jetzt? Ist das das Irrlicht? Das ist das Irrlicht. Avery hatte wirklich recht. Jetzt muss ich diesen Kerl nur irgendwie dazu bringen, es mir zu geben. Ah. Hallo. Ich möchte das gern haben. Ich habe eine Frage. Du sammelst nur seltene Gegenstände? So ist es. Ich habe diese Sammlung von meinem Vater übernommen. Und der hat sie von seinem Vater übernommen. Und so weiter. Ich bin verrückt nach Seltenheit. Je seltener, desto besser. Blutgruppe RH0. Keine Schlange am 3-Meter-Brett. Crowdfunding-Kampagnen, die ihren Zeitplan einhalten. Oh. Da bekomme ich Gänsehaut. Ich leihe es mir mal eben. Das hört sich doch gut an. Ich leih mir mal kurz das Irrlicht dahinter mir in Ordnung. Ich bring's auch gleich wieder zurück. Guter Witz. Selten so gelacht. Dieses Irrlicht ist viel zu wertvoll und zerbrechlich, um es einfach zu verleihen. Davon gibt es nur sieben Stück. Weltweit. Okay. Okay. Verstehe. Wir haben tolle, seltene Pilze. Ja, nur ganz, ganz kurz, okay? Nein, ich würde es dir niemals geben. Mit einer Ausnahme. Und die wäre? Ich würde es tauschen. Gegen? Gegen was? Denk doch mal nach. Na, gegen etwas, das noch seltener ist. Wie viele Irrlichter gibt es noch mal? Insgesamt sieben. Bring mir etwas, das noch seltener ist und wir können tauschen. Okay. Seltene Briefmarke. Yes. Was hältst du von dieser sehr seltenen Briefmarke? Diese Marken sind nicht so selten, wie du... Auf keinen Fall seltener als ein Irrlicht. Schade. Ach, schon gut. Schade. Was vom Schatz der ewigen Erinnerung gehört? Vielleicht müssen wir uns einen seltenen Gegenstand erfischen. Könnte ziemlich wertvoll sein. Aber Gold habe ich wahrlich genug. Ich interessiere mich nur für seltene Gegenstände. Ich verrate dir mal was. Die wahren Schätze bestehen niemals aus Goldmünzen. Schon mal was von Teddy McAnally gehört? Natürlich. Der Mann war eine Legende. Dort hinten steht das originale Kraken-Fodder-Set von McAnally persönlich. Oh, wow. Mein Urgroßvater hat es in die Sammlung gebracht. Keine Ahnung, wie der alte Haudegen damals da rangekommen ist. Ich muss mal überlegen, könnte irgendwas anderes sinnvoll sein? Ich weiß nicht. Ich bin dann mal wieder weg. Denk dran. Dein Ticket ist 24 Stunden gültig. Du kannst jederzeit wiederkommen. Juhu. Eine Ukulele. Original-Ukulele der legendären Metal-Band Nackenschmerz. Okay. Ein goldener Regenmantel. Mhm. Geschneidert von der exzentrischen Schneiderin Ilnes Kenway. Der Mantel ist einer von zwölf aus der Kollektion Mental Illness. Hey, da hängt ein loser Fakten dran. Okay. Was ist das hier für eine Tüte? Oh. Oh, darauf bin ich besonders stolz. Das ist ein Superhertütchen von einem Möbelhersteller, in dem die exakt richtige Anzahl an Schrauben enthalten ist. Ja, gut. Sehr, sehr selten. Krakenvodder-Set. Teddy McAnallys originales Krakenvodder-Set. Ein Schmuckstück, oder? Wunderschön. Eine Toilette. Auf dem Schild steht, die Sturm und Drang V8. Trotz stärkstem Stuhl und Seegang. Diese Bootstoilette ist handgetöpfelt. Und es gibt sie nur achtmal weltweit. Okay. Linkes Ohr von Künstler Bielwig Strömqvist Fjablunzon. Besser bekannt unter seinem Künstlernamen Ed. Es gibt noch ein weiteres, ähnliches Exemplar in einem anderen Museum. Lass mich raten. Rechtes Ohr? Oh, du bist mit Fjablunzons Arbeiten vertraut. Ich bin beeindruckt. Nicht schlecht. Sehr gut erhaltene Mumie aus den Pyramiden von Gregor. Kille, Kille. Kille, Kille, Kille. Kille, Kille, Kille. Huch. Nein, es ist Wasser gerissen. Oh Gott. Das war lustig. Ein Stück Papier, goldener Regenmantel, Leuchtpilze. Hm. Hier steht, bald Neueröffnung. Selten gutes Restaurant. Ja, komm Rumi, der war schon ganz gut. Ein Stück nördlich. Okay. Ein Stück. Dann fahren wir mal ein Stück nördlich. Komm Malte. Segel setzen, Malte. Ein Stück. Ist das ein Stück? Nicht so, ne? Ich hab das Irrlicht gefunden. Ja. Ja, und wir kommen nicht dran. Um jeden Preis. Ich könnte es eintauschen. Gegen etwas, das noch seltener ist als ein Irrlicht. Hast du eine Idee, wo wir etwas so Seltenes herbekommen? Ja, sag mal. An deiner Stelle würde ich mich in dieser Versorgung der Galerie gut umsehen. Okay. Diese Sammler sind verrückt nach Seltenheit und denken an nichts anderes. Mhm. Vielleicht findest du einen Hinweis, wo wir etwas so Seltenes bekommen könnten. In Ordnung. Hm. Aber da war doch nichts. Gut, da war ein Hinweis für dieses Restaurant, ne? Die Idee, wo wir diesen seltenen Gegenstand herbekommen könnten, den wir brauchen? An deiner Stelle für in Ordnung. Ich in Ordnung. Aber hier ist jetzt auch kein Restaurant. Segel setzen. Vielleicht noch eins weiter nördlich. Ne. Und noch eins. Seltsam. Oh. Oh. Das selten gute Restaurant. Sushi Madness. Hahaha. Wie gut. Entschuldige bitte. Das Restaurant ist noch nicht eröffnet. Führst du diesen Sushi-Laden? Ich führe das Sushi Madness nicht. Das Sushi Madness führt mich. Hat das Wasabi hier einen eigenen Stuhl bei der Vorstandsversammlung oder war das metaphorisch gemeint? Oh. Das fand er nicht lustig. Metaphorisch. Schon klar. Du bist doch jung, Mädchen. Du verstehst es irgendwann. Was fehlt zur Eröffnung? Ich suche nach etwas sehr Seltenem. Ich bin auf der Suche nach etwas sehr Seltenem. Oh ja. Und nach was denn? Egal. Etwas sehr, sehr Seltenem. Egal was. Es sollte nur echt richtig selten sein. Wie selten? So maximal sechs Stück weltweit selten. Wirklich? Das ist interessant. Das Restaurant sieht super aus. Will er uns nicht geben, alles klar. Wer fehlt er noch zur Eröffnung? Der Goldzahnpiranier. Oh, den müssen wir erangeln. Du meinst, alles ist fertig und es fehlt nur noch ein Fisch? Nicht irgendein Fisch. Der Goldzahnpiranier ist der perfekte Fisch für die Eröffnung des Sushi Madness. Warum ausgerechnet dieser Fisch? Vor einigen Jahren, als ich die perfekte Bambusmatte für das Restaurant gefunden hatte, fiel ich zunächst in ein emotionales Lach. Ich krieg direkt Bock auf Sushi, ja? Ich zweifelte an mir. Sofort. An dem Restaurant. Sogar an der Bambusmatte. Ich saß da, bewegte mich nicht, aß nichts, trank nichts, sprach kein Wort. Doch nach acht Tagen und Nächten, weißt du, wer da die Stille durchbrach und zu mir sprach? Jetzt metaphorisch? Die Bambusmatte. Natürlich. Und plötzlich war mir alles klar. Ich wusste, welche Nori-Blätter das Sushi Madness verlegt. Welchen Reis und welchen Fisch es zur Eröffnung geben müsste. Den Zahnlücken-Piranha. Gold-Zahn-Piranha. Gold-Zahn-Piranha. Genau. Du sagtest, du suchst etwas Seltenes. Wenn du mit dem Fisch bringst, dann kriegst du was. Ich weiß, von wem du so etwas Seltenes bekommen könntest. Echt? Von wem? Ich schlage dir etwas vor. Bring mir den Gold-Zahn-Piranha. Und ich helfe dir weiter. Ach nö. Du gibst mir etwas. Ich gebe dir etwas. Ja, ja. Es ist alles miteinander verbunden, Kleine. Das Große und Ganze bildet am Ende einen Kreis. So wie Sushi. Hey, die Eistfeier. Es ist gut bei dir und frohes Neues. Vorsichtig. Der Gold-Zahn-Piranha ist ein gefräßiges Kerlchen. Jetzt brauchen wir nur noch irgendwie so eine Angelanleitung. Schon mal was vom Schatz der ewigen Erinnerung gehört? So etwas interessiert mich nicht. Okay. Mein Leben dreht sich nur um Sushi Madness. Okay, klingt gerade nach dem typischen Point-and-Click-Adventure. Ähm, ist es auch. Ist es auch. Aber es ist ganz, ganz toll. Ich liebe es. Ich habe heute mal getroffen, der hätte alles für deinen Schnurrbart gegeben. Ja, sieht klasse aus, nicht wahr? Bist du auch ein Monster? Fahrradfahren ist die Hölle. Es ist ein Geben und ein Nehmen, nicht wahr? Aber Fahrradfahren ist auch ohne so ein Bad und die Hölle. Danke. Danke. Vielen Dank, Eistfeier. Bist du denn sonst Point-and-Click-Freund? Ich gehe dann mal diesen Fisch angeln. Viel Glück. Kindertisch. So, so. Das ist der Kindertisch des Sushi Madness. Mit kleinen Sushi-Ausmalbüchern und... Eine Angelanleitung? Das sind ja eine Menge Rundstifte. So viele Farben braucht man zum Sushi ausmalen... Boah, was sie für ein Dieb ist! Wahnsinn! Der Eimer ist voll mit Hummerscheren. Sag mal The Curse of Monkey Island. Das habe ich nicht gespielt. Ich bin ganz, ganz neu im Point-and-Click-Business. Ich kenne mich noch nicht so gut aus, aber das wurde mir auch schon sehr oft ans Herz gelegt. Weil man kann ja nicht alles gleichzeitig spielen, ne? Auch ein gutes Point-and-Click, ja, bestimmt. So, Vögelchen, wir brauchen einen Fisch. Ich muss einen besonderen Fisch fangen. Ich glaube, dann kann ich diesen seltenen Gegenstand besorgen, den wir brauchen, um ihn gegen das Irrlicht zu tauschen. In Ordnung, dann mal los. Aber wie angel ich das? Beim Angeln? Ich bin im Körper eines Papageien. Wie stellst du dir das vor, du Genie? Gib mir eine Anleitung. Wenigstens einen Tipp oder so? Einen Tipp? Du meinst sowas wie ein Merksprung oder wie? Sowas wie, nichts ist blöder als Angeln ohne Köder. Oder, ähm, wenn ich auf den Boden blute, halte ich wohl falsch herum die Rote. Okay, okay. Bitte keine Tipps mehr. Bei einer Sache bin ich mir sicher. Gute Angler angeln immer mit einem System. Toll. Ohne ein System stochert man im Dunkeln. Toll. Das System. In Ordnung. Ich schaff das schon irgendwie. Wir haben kein System. Hab auch Toonstruck gespielt. Was noch eine Spur älter ist. Also wir haben, wir haben mit Indiana Jones and the Fate of Atlantis angefangen. Und direkt danach auch was ziemlich Neues gespielt. Und zwar Trüberbrook. Und jetzt, jetzt sind wir hier. Das war auch Zufall, dass ich dieses Spiel auf Steam gefunden hab. Wie soll ich nur diesen seltenen Fisch fangen? Bei einer Sache bin ich mir sicher. System. Und ein System. Ach komm schon. Ich geh dann mal weitermachen. In Ordnung. Los. Wir brauchen ein System. Malte. Segel setzen, Malte. Und der kann doch bestimmte Helfen mit dem Angeln. Warum will sie denn nicht mehr mit ihm reden? Vergiss es. Ach komm schon. Den herr spreche ich nie wieder an. Ach Frau. Auf dem Schild steht, Blick auf die Panemo Bay. Das hatten wir schon. Das ist doch die Sprache von der Butthair Pete gesprochen hat. Und der Butthair Pete, der fand Angeln ganz, ganz toll. Vielleicht müssten wir dann hier angeln. Ach. Ach. Hey, diesen goldenen Faden kann ich auch als Angelschnur verwenden. Oh. Dann wo ist der gold? Ach, da ist der goldene Faden. Okay, goldener Faden. Aber welchen Köder sollte man denn benutzen? Komm, wir nehmen nochmal den billigen. Kommt jetzt der tolle Piranha. Ein kleiner grüner. Toll. Toll. Wir angeln jetzt mal mit dem goldenen durch. Die Krebsschere als Zange. Ja, Hausfrosch. Ja, das ist gut. Okay. Okay. Okay, davon haben wir jetzt eigentlich zwei. Ob wir damit jetzt durchkommen? Nein. Mist. Mein System ist kaputt. Wir kommen bis zur Sonne im roten Fisch und dann... Das ging auch mit der roten Angelschnur. Hm. Wir nehmen einmal hier, wie du sagst, diese Krebsschere hier als Werkzeug. Wofür auch immer das gut sein soll. Dann wollen wir mal. Dreh mal. Kindchen. Ja, das hat geklappt. Licht zieht Fische an. Hey, der Spiegel wirft die Sonnenstrahlen jetzt gebündelt an den Strand. Muss jetzt ganz schön heiß dort sein. Aber das war es nicht. Falscher Ort für die Fische. Gehen wir mal zum Strand. Gucken, was die Frau da macht. Oh, sie ist braun. Frau mit Sonnenbrand. Mhm. Und sie vergisst die Milch? Und da fliegt noch was? Was ist das denn? Raumkarte. 5 0 7. Aber wir wissen nicht, wie sie heißt, ne? Wir brauchen... Also wir könnten das jetzt versuchen, da nochmal reinzugehen. Und wir wissen, dass wir diesen Piranha brauchen. Mit diesen Infos. Ich muss mal... Ich brauche eine kleine Pipi-Pause und einmal Getränke wieder auffüllen. Und dann machen wir gleich weiter. Bis gleich. Nein. Musik. Danke. Hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Im Hotel. Da haben wir noch ein Schild. Da steht Kassandra Stream. Achtung, Ertrinkungsgefahr. Okay. Aha, da kommt man wieder raus. Dann können wir jetzt mal schauen, was wir hier haben, wo wir. Okay, wir haben den hier. Dann nehmen wir grüne Angel auf I4. Okay. Wo ist denn die andere Map? Karte. I4. Da müssen wir angeln. Alles klar. Siegel setzen. Malte. Los, Malte. Ab nach da. Nochmal zur Sicherheit gucken. Weil ich so schusselig bin. I4. Grün und der rote Fisch. Grün. Nein. Nein. Einfach ein frohes Neues. Wie geht's dir? Erstmal durch alles durchprobieren. No. No. Kmingen wir den anderen Fisch. Ja. Wie kommen wir an den goldenen? F3. Und dann haben wir den perfekten Fisch fürs Sushi-Restaurant. F3. Na gut. Vielen, vielen Dank. Hast du denn schön reingefeiert? Wie stehst du zu Point-and-Klick-Spielen? Wenn ich sehe bei dir ja ganz oft Animal Crossing und Mario Kart, da ist das hier ja jetzt was völlig Wildes. Sagen wir mal wild. Gold, eine Angelschnur, blauer Fisch. So. Jetzt aber. Jetzt gewinne, gewinne, gewinne. Gut, Kind. Das muss dieses goldige Kerlchen sein, das der Sushi-Mann braucht. Das ist jetzt schon das zweite deutsche Point-and-Klick-Spiel, was wir hier spielen. Ähm, ist das irgendwie sowas deutsches? Das war das deutsche, das lieber spielen als andere? Nochmal zum Sushi-Restaurant. Wir haben den Fisch. War bis 4.45 Uhr live auf. Und dann, ja, quasi direkt danach wieder aufgestanden. Wahnsinn. Hey, Moment mal. Der blöde Goldzahn-Pirania hat mein halbes Inventar aufgefressen. Oh. Oh. Na, ich hoffe, das hat sich gelohnt. Darauf erst mal einen Schluck Kaffee. Oh, ich sitze voll schief. Da, da, da muss ich sitzen. Aber was soll das heißen? Der hat mein halbes Inventar gefressen. Ha. Hm. Gönn mir mal den restlichen Met von gestern. Ja, Randa, gönn dir viel Spaß dabei, guten Durst. Moment mal, du hast mir eine Gegenleistung versprochen, Papa. Und treibst nicht zu wild. Weißt du noch? Oh, ja, natürlich. Also, von wem kann ich diesen seltenen Gegenstand bekommen? Von einem Mann, den ich mal sehr gut kannte. Hm. Warte hier einen Moment. Hey, wo willst du? So wird sich mein Flötenspiel heute auch anhören. Ach, so hört sich mein Flötenspiel immer an. Ich habe mir ja eine Ocarina geholt, letztens. Und ich übe. Und zum Leid aller Nachbarn. Es tut mir wirklich leid. Das Schneidebrett Pit? Ich habe in meinem ganzen Leben nur fünf dieser Schneidebretter hergestellt. Ist dieser Mann Schneidebrett Pit? Dies, junge Dame, ist das sechste. Nimm es. Es gehört dir. Du bist Schneidebrett Pit. Oh mein Gott. Der war ich einmal. Jetzt bin ich Sushi Madness Pit. Aber das verstehe ich nicht. Du bist berühmt für deine Schneidebretter. Du könntest ein Vermögen damit verdienen. Berühmt? Na und? Darum geht es im Leben nicht, Kleine. Mein Herz schlägt für Sushi. Das ist mein Traum. Ja, macht sich immer gut, wenn man nebenbei ein MMO spielt. Was spielt sie denn? Irgendwann wirst du es sicher verstehen. Dann wird es uns präsentiert. Ich habe ja heute schon ein wunderschönes Jubiläum gehabt. Mein guter Mod, der Vritzor, hat heute sein einjähriges Sub-Jubiläum gehabt. Und dafür habe ich ein Alert eingespielt. Nur für den Stream. Mit einer Happy Birthday-Variante auf der Arena. Und ich kann es wirklich nicht so gut. Final Fantasy. Oh ja. Wie schön. Bist du schon durch? Mit dem aktuellen Content? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Upsi. Wir gucken ins Logbuch. Okay. Ah ja. Das Schneidebrett von Schneidebrett Pit. Nach Attilantes. Gegen das Lichtchen tauschen. Oh ja. Noch nicht. Bin gerade dran. Ja, viel Erfolg. Segel setzen, Malte. Ah, Attilantes. Ich habe mir tatsächlich für die Ocarina auch noch ein Songbuch mit Disney-Liedern geholt. Und zu meinem Unglück steht das da alles nur in Noten. So richtig vernünftig. Aber ich kann ja auch keine Noten lesen. Und das wird super schwierig. Weil auf der allerletzten Seite ist aufgemalt, welche Note wie gespielt wird auf der Ocarina. Das heißt, ich bin die ganze Zeit am Hin- und Herblättern. Das ist ganz, ganz schlimm. Ich muss mir da noch irgendwas überlegen, dass man das einfacher machen kann. Was? Will ich auch nicht. Spielst du denn irgendwelche anderen Instrumente? So, wir wollen das Ehrlicht haben. Wir wollen tauschen. Naja, das hatten wir schon. Hier, Tausch. Was hältst du von diesem Schneidebrett? Ein Schneidebrett? Willst du mich beleidigen? Es ist von Schneidebrett-Pitt. Ein Schneidebrett von Schneidebrett-Pitt? Unmöglich. Ich kenne alle fünf Besitzer dieser Bretter persönlich. Ich versuche seit Jahren eins zu bekommen. Dies ist das sechste Schneidebrett. Quatsch. Ich habe in meiner Grundschulzeit Blockflöte gespielt. Das ist schon sehr lange her. Ich habe nicht mal Blockflöte gespielt. Ich hatte eine, aber ich habe es nie gelernt. Das kann nicht. Die Maserung. Der geschwungene Griff. Wie das Licht sich in der Saftrille bricht. Es verschlägt mir den Atem. Wo hast du das her? Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass das einen Namen hat. Die Saftrille. Tausche ich es mit dir gegen das Ehrlicht. In Ordnung. Heißt das auf Deutsch wirklich Saftrille? Ich meine, das ist deins. Das wusste ich ja gar nicht, dass das einen Namen hat. Oh, nimm dir das Licht noch mit. Hab ich dich, du leuchtendes, kleines Dings. Die Rille fängt den Fleischsaft auf. Oder den Saftsaft, ne? Den Saftsaft von... Da, wo Saft herkommt. Obst und Gemüse. Ja! Cleo positionierte das Ehrlicht der versunkenen Galerie gut sichtbar am Bug der Versuch 38. Und mit dem Sonnenuntergang verschwand unsere abenteuerliche Crew im nautischen Nebel. Doch was Cleo nicht wusste war, dass sie jemand die ganze Zeit beobachtet hatte. Oh, oh, oh. Kapitel 3. Eine Münze auf Pambo Island. Das ist sie. Das ist Pambo Island. Hier liegt der Schatz? Nun ja, ähm... Wir müssen in diese Höhle dort. Was war das? Es ist echt dunkel da drin. Moment. Der Vogel kommt nicht mit? Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir brauchen Licht. Malte, schnapp dir das Ehrlicht. Malte kommt auch mit? Können wir denn kämpfen? Ist das der Schatz? Eine Tasche? Äh, was? Ja. Ich meine nein. Nicht ganz. Aber es ist genau das, wonach wir gesucht haben. Wonach wir gesucht haben? Aber wir haben doch nach dem Schatz der ewigen Erinnerung gesucht. Ja, ja. Richtig. Und du sagtest, er wäre genau hier. Also, wo ist er? Jetzt sei doch nicht so ungeduldig. Was ist in der Tasche? Das, ähm... Ist kompliziert. Wir müssen den Herrn nach Meck in der Leephams bringen. Guck doch einfach rein, was da ist. Wieso? Was ist da drin? Ach, davon verstehst du nichts. Vertrau mir einfach. Bei all den großen Schätzen, die ich schon gefunden habe. Was ist in der Tasche? Nein! Leo, was? Okay, sie guckt rein. Bücher? Mhm. Da sind nur ein paar Bücher drin. Nur? Leo, bitte! Logbuch des furchtlosen Abenteurers Captain Avery Allwig? Logbuch Nummer 5. Heute habe ich den letzten Zykloppenkrebs erschlagen. Ich kann gar nicht zählen, wie viele es insgesamt waren. Ein Dutzend, vielleicht mehr. Sei vorsichtig damit! Bitte! Logbuch Nummer 2. Wochenlang wurde ich vom schwarzen Riesen-Leguan verfolgt. Die kleinste Unaufmerksamkeit hätte mein sicheres Ende bedeutet. Was... Was ist das? Sein Tagebuch! Es gehört mir! Gib das zurück! Au! Lass... Los! Jetzt wird der Vogel aber aufmüpfig. Das ihr Licht! Oh! Und jetzt? Ich hätte jetzt gedacht... Ich hätte gedacht, jetzt kommen nur so Augen, die so rumklimpern im Dunkeln. Du blöder Vogel! Was machen wir jetzt? Wir sterben hier, Cleo. Mhm. Wir verhungern, verdursten. Wenn einer von uns Glück hat, wird er vom Blitz erschlagen. Und das war's dann. Das war's? Das ist alles... Wir kommen auch nicht mehr aus dem Nebel raus, ohne dass ihr licht. Cool. Aber du hast gegen untote Skelette gekämpft. Cleo. Zyklopenkrebse und einen schwarzen Riesenlegoan überlebt. Hör mir zu. Und jetzt gibst du auf? Es muss doch einen Weg geben. Sag schon. Was... Was machen wir jetzt? Cleo. Das sind alles nur Geschichten. Wie? Was meinst du damit? Lügengeschichten. Verstehst du denn nicht? Keine Zyklopenkrebse. Kein Riesenlegoan. Nichts davon habe ich erlebt. Oh nein. Einmal in meinem Leben war ich in Lebensgefahr und auf mich alleine gestellt. Und das war genau hier. Auf dieser Insel. Ohne Lampe? Ich hab's nicht überlebt. Du bist also hier auf Pambo Island gestorben? Naja, nicht ganz. Vielmehr beim Versuch von dieser Insel zu fliehen. Ich hab viele Tage hier verbracht, um es sich auf ein Kreisloch zu bauen. Aber ich verspreche dir, ohne ein ehrlicher sein Weg zu zeigen. Aber da fällt mir auch direkt wieder ein, ich muss irgendwann mal wieder Sea of Thieves weiterspielen. Die Story ist da ja so schön. Wir werden hier sterben. Und für immerhin vergessen. Hat mir auch richtig gut gefallen. Das mit Käpt'n Kabekas Hinterhalt war nur eine Lüge? Was ist schon eine Lüge, Cleo? Es gibt keine klare Grenze zwischen Wahrheit und Lüge. Die Einzelheiten waren sicher etwas anders. Aber letztendlich hat Kabeka mich zum Sterben zurückgelassen. Wie fies! Auf Pambo Island. Dann war Kabeka doch ein großer Abenteurer. Nenn ihn, wie du willst. Wie viele andere auch, war er auf der Suche nach dem Schatz der ewigen Erinnerung. Er suchte jahrelang. Gegen jeder Spur nach, die er finden konnte. Dabei fand er unzählige andere, kleinere Schätze. Er wurde berühmt und er liebte die Aufmerksamkeit, die es ihm brachte. Also beschloss er einen Autoren anzustellen, der ihn auf seinen Abenteuern begleitet und seine Geschichten aufschreibt und ausschmeckt. Und er ist der Autor? Ausschmeckt? Aus seinem ausgegrabenen Schädel wurde ein halbes Dutzend untote Skelette. Aus einer nervigen Biene eine todbringende, fliegende Bestie. Sowas in der Art. Oh, ich verstehe. Und das warst du, Kabekas Autor. Also eine klassische Geschichte. Die ich über Kabeka gelesen habe. Die hast du geschrieben. Ei, die Buchreihe Entwinden und Entwischen sollte mein Lebenswerk werden. Mein großer Durchbruch als Autor. Aber es wurde vielmehr zu meinem Fluch, meinem Todesurteil. Gibt es diesen Schatz der ewigen Erinnerung überhaupt? Das habe ich mich auch viele Male gefragt. Aber es kann nicht nur ein Mythos sein. Irgendwas muss dahinter stecken. Aber der Schatz, der hier vergraben lag, war es jedenfalls nicht. Stark. Erzähl mir die ganze Geschichte. Warum hat Kabeka dich zurückgelassen? Ich war seit Jahren Erfolgen so. Er ist der Beste. Jahrelang musste ich zusehen wie dieser Mistkerl mit meiner Hilfe kistenweise Gold ausgrupen. Hi, Sato. Danke für den Raid. Hallo mit Raider. Und frohes Neues. Hey, Pan. Willkommen, willkommen. An die, die mich nicht kennen. Ich bin Wings. Wir spielen. Cleo, Pirate's Tale. Ein deutsches Point-and-Click-Spiel. Hey, Sato. Hey, Connor. Hey, Psycho. Ja. Vielen Dank. Euch auch. Prost Neues. Wie geht's euch? Wie geht's dir nach einer weiteren Runde Dark Souls? Schön, dass ihr da seid. Kann man hier Pause machen? Ach, kann man. Kleine Zusammenfassung. Wir haben hier ein super, super süßes, pixeliges deutsches Point-and-Click-Spiel in einem Piraten-Setting. Wir spielen Cleo. Cleo, ähm, wurde von ihrem Papa losgeschickt zum Fischen. Das Schiff wurde von einer Kragen, von einem Kraken angegriffen. Wir sind gestrandet, haben da mit einer Sirene gesprochen, für sie Blümchen gepflückt. Ähm, schon, äh, super süße, wilde Sachen gemacht. Ähm, und suchen jetzt nach einem Schatz. Wie das gute Piraten so machen. Ähm, wir werden von einem Vögelchen begleitet, der, was eigentlich gar kein Papagei, also Vögelchen ist, sondern ein Autor eines großen, tollen Piraten. Ähm, scheint aber gar nicht so toll gewesen zu sein. Das wird uns jetzt gerade erzählt. Der Erlösung. Aber nichts. Nur Truhen voller Goldmünzen. Wie immer. Kabeca war rasend verwut. Er befahl mir, die monströsen Schatztruhen an Bord seines Schiffes zu schleppen und ließ mich alleine in der Höhle zurück. Mit dem Schatz. Unbeobachtet. Verstehst du? Eine Münze. Mehr nicht. Nur eine einzige Goldmünze habe ich eingesteckt, bevor ich die Thronen an Bord gebracht habe. Aber Kabeca hat's bemerkt. Schlimmer. Sein bescheuerter Affe hat's gesehen. Dieser verlauste Primat, den ich Jubiläle ihm gegeben hatte. Er hat Afonso von der Keller-Oma. Also ich muss auch sagen, dieses Spiel trifft auch zu 100% meinen Humor. Es ist sehr witzig gemacht. Guten Appetit, Sato. Entspann dich. Erstmal den Puls wieder runterbringen. Warte, Afonso, betätige den geheimen Hebel. Afonso, Afonso. Und ich? Ich wurde auf dieser Insel zum Tode verurteilt. Wegen einer einzigen Goldmünze. Was gibt's denn? Eine Nudel- oder Reispfanne? Und die Bücher? Ich hatte auf dieser Insel nichts bei mir. Außer meiner Tasche. Mit sieben leeren Notizbüchern. Und der todbringenden Goldmünze. Nichts davon half mir, auf dieser blöden, vertrockneten Insel auch nur eine Sekunde länger zu überleben. Und ich wusste, dass wenn ich hier sterbe, sich niemand an mich erinnern würde. Ich war ein Niemand. Alles, was ich geschrieben und veröffentlicht hatte, handelte von Captain Kabeca und seinem beknackten... Ach, wie traurig. Also hast du dir eigene Abenteuer ausgedacht. Sollte irgendjemand irgendwann noch einmal auf diese Insel kommen, würde er meine Logbücher finden. Dann würden sich die Leute an mich erinnern. Du wolltest nur herkommen, um die Bücher zu holen? Um sie nach McAnally Palms zu bringen und veröffentlichen zu lassen. Das ist alles, was ich wollte. Doch jetzt sitze ich auf dieser Insel fest. Schon wieder. Es muss doch irgendwie möglich sein, hier rauszufinden. Ich hab's versucht, Cleo. Keine Chance. Im nautischen Nebel verlierst du die Orientierung und kommst früher oder später wieder hier an. Ohne ein Ehrlicht, das einem den Weg zeigt, findet man niemals hier raus. Ja, wir hatten ein Ehrlicht. Ich lass mir was einfallen. Um zu dieser Insel hinzukommen, das Ehrlicht ist weg. Es ist kaputt gegangen. Als ich das erste Mal hier war, hatte ich auch noch Hoffnung. Ich bin es, Leitgeschichten zu erzählen, Cleo. Ich sterbe hier zum zweiten Mal. Ach, Vögelchen. Das kann es jetzt wirklich nicht werden, oder? Vögelchen, mach dir nichts draus. Oh no. Mal gucken, was es hier noch so gibt. Ah, hier geht es ja noch ein bisschen weiter. Ja gut, hier oben ist nichts. Wir können uns den Baum angucken. Ein gewaltiger Baum, der am höchsten Punkt der Insel gewachsen ist, sieht unheimlich aus. Um das Ehrlicht zu bekommen, haben wir uns einen tollen Piranha geangelt. Ein Goldzahnpiranha, der uns unser Inventar aufgefressen hat. Ah, wir haben Leuchtpilze. Diese Leuchtpilze können wir eigentlich wirklich in der Höhle nutzen und uns in der Höhle umgucken. Ah, das ist doch mal ein Plan. Da drin sieht man die Hand vor Augen nicht. Ja, ja. So kann ich da nicht rein. Doch, doch. Können wir die nicht nutzen, die Pilze? Hm. Haben wir vielleicht in Maltes Cocktail-Bibel einen Trank, um im Dunkeln zu sehen? Coffee to know. Das berühmte Brett vorm Kopf, den Schlüssel verlegt, den Namen deines Dates vergessen oder du kommst einfach nicht drauf. Lebensnotwendiges Entgiftungsorgan mit fünf Buchstaben. Dieser Cocktail hilft deinem Gehirn auf die Sprünge. Achtung, hochgelegen genießen. Nahtod on the beach. Nee, brauchen wir auch erstmal nicht. Vielleicht brauchen wir den Kaffee, weil für den Kaffee, um den herzustellen, braucht man Regenwasser und irgendwie regnet es zufällig. Aber wie können wir Regenwasser aufsammeln mit der Schale? Ja. Ja. Also zum größten Teil sind die Rätsel hier recht simpel. Also man kommt ganz gut immer auf die Lösung. Basis-Med, Modifier, Regenwasser, Flavor, Kaffee. Haben wir alles? Asis-Med, Modifier, Regenwasser, Flavor, Instant-Kaffee. Kopfschmerztabletten wären auch was. Okay. Okay. Müssen wir den jetzt selbst trinken? Oder geben wir das dem Vogel? Oder geben wir das Malte? Ne Malte nicht. Vielleicht können wir uns diesen Kaffee ja mit dem Vogel teilen. Achso, das stand aber hochgelegen genießen. Da müssen wir ja irgendwie hier hin. Aha. Aha. Also gut. Zeig, was du kannst. Coffee to know. Klar, sie kippt erst mal um. Mit Nebenwirkung Schlaflosigkeit. Das ist gut. Was ist das für ein Ort? Ich fühle mich so konzentriert. Oh. Ist das jetzt wichtig? Nein. Er hat zuerst das Kartenspiel gemacht. Ne, war nicht richtig. Vielleicht erst mal das. Sieht auch falsch aus. Es verschwindet einfach. Ja, ja. Es verschwindet ja alles. Einfach so. muss man sich das in der richtigen Reihenfolge hier so angucken. Was ist das? Was machen wir hier? Und was ist das da? Na toll, das ist einfach weg. Dazu wird überhaupt nichts gesagt? Ich wurde auf dieser Insel zum Tode verurteilt wegen einer einzigen Goldmünze. Mist. Hier komme ich nicht weiter. Fühlt sich an, als ob irgendetwas fehlt. Aber was? Die Goldmünze? Oh Mann, was für ein Trepp. Der Blitz ist mitten in dem Baum eingeschlagen. Das war echt knapp. Jetzt ist hier Feuer. Können wir das abreißen? Echt nicht. Ne, wir haben ja auch nichts, um so einen Regenwurm zu fangen. Schade. Schade. Können wir uns das hier abreißen? Der Ast hier hat Feuer gefangen. Damit könnten wir ja in die Höhle rein. Und vielleicht gibt es in der Höhle irgendwas, um sich einen Regenwurm mitzunehmen. Lass mich einfach in Ruhe. Bitte. Aber wofür braucht man einen Regenwurm? Was soll das? Mit der Fackel sollte es gehen. Aber nicht mit den Leuchtpilzen. Wir müssen in diese Höhle noch. Es ist echt dunkelhaft. Seltsam. Ich höre immer noch diese Stimmen. Das müssen diese Nebenwirkungen sein, die in Maltes Cocktailbuch erwähnt sind. Okay. Schaufel geht immer, ne? Hey, Moment mal. Da unter der Schaufel liegt etwas. Was denn? Eine Goldmünze mit einer seltsamen Gravur. Die muss noch von diesem Schatz übrig geblieben sein. Oh, wow. Irgendwo habe ich diese Prägung auf dieser Münze doch schon mal gesehen. Ja? Sieht man nicht so richtig. Na gut. War es das? Ist das alles von der Höhle? Tatsächlich. Man kann nur noch die Höhle verlassen. Na gut. Ja, vielleicht können wir jetzt mit was mit der Schaufel den Regenwurm ausbuddeln. Ganz vielleicht. Mist. Er ist zu flink. Hab ich dich. Aha. Er hat meinen Regenwurm. Wofür bräuchte man jetzt einen Regenwurm? Moment mal. Der Regenwurm hat einen meiner Leuchtpilze angeknabbert. Cool. Oh, ein leuchtender Regenwurm. Es scheint ihm zu gefallen. Süß. Sehr süß. Was haben wir hier? Gar nichts. Er will bestimmt nicht mit uns reden. Lass mich an. Okay. Jetzt haben wir ja diese Goldmünze. Jetzt können wir nochmal den Kaffee da trinken und gucken, wie es weitergeht. Also gut. Zeig, was du kannst. Kaffee to know. Steh auf! So, und dann musste man jetzt zu dem Vogel. holen wir uns den Schatz. Mathe, Segel setzen. Nach Hamburg eilen. Wo haben wir auf dieser Insel zum Tore verurteilt? Wegen einer einzigen Goldmünze. Wo habe ich diese Priebung auf dieser Müsse schon mal gesehen? Hm. Wo haben wir das denn schon mal gesehen? Keine Ahnung. Bei der alten Hexe? Ne. Ne. Schade. Herzlich willkommen in Atlantis. Ja? Da? Das ist es. Die Goldmünzen, die Teddy Mcannelly vor seinem Tod hier vergraben hat, stammen aus Atlantis. Aber wie hängt das alles zusammen? Ein Krakenflodder-Set. Ich sage immer flodder. Ist das mein Karten-Set? So wie Sushi. Für das ganze Gold, das McKinnelly hier vergraben hat, hat er sein Krakenflodder-Set an Attilantes verkauft. Der Schatz der ewigen Erinnerung. Ist das Set? Oder in dem Set? Das muss sich Avery erzählen. Schnell zum Vogel. Das Krakenflodder-Set. Der Schatz der ewigen Erinnerung muss etwas mit Teddy McKinnelly zu tun haben, richtig? Die Goldmünzen, die hier vergraben waren, sind nicht geschafft. Aber das erklärt alles noch nicht, wie man hier wieder runterkommt von der Insel. Das ist jetzt nichts Neues, Cleo. Die Münzen haben eine Attilantes-Prägung, Avery. Was? Oh mein Gott. Okay. Das bringt ja jetzt alles nichts. Der Schatz der ewigen Erinnerung war zum Greifen nah. Und wir? Wir sind auf diese Insel gefahren, um hier zu sterben. Aber wir könnten ja jetzt nochmal diesen Nahtod on the beach trinken. Um wieder bei der Omi zu landen, ne? Wenn ich dich an unsere ausweglose Situation erinnern soll. Eventuell. Weißt du ja, wo du mich findest. Mal hier reingucken. Das ging dann doch damit ganz gut. Markenbitter, kalte Asche, ein persönliches Opfer. Hm, ein Rezept von den anonymen Anästhesisten. Es ist noch nicht viel über die Wirkung dieses neuen Cocktails bekannt. Doch allein die Zusammenstellung der Zutaten weckt mein Interesse. Ah, okay. Kalte Asche, können wir uns doch bestimmt hier abholen. Der Blitz ist mitten in dem Baum eingeschlagen. Das war echt. Nein. Mal hier schaufeln. Nach kalter Asche. Nee. Der Blitz ist das. Nee, nee. Hm. Oh, hier tatsächlich auf dem Attilantis Ticket. Oh ja. Ja, puh. Kalte Asche. Gibt's nicht. Es sind ja auch ganz viele Fische. Huch. Da versammelt sich ein Schwarm Fische. Sieht aus, als wären sie in Aufbruchstimmung. Jede Nacht schwimmt ein riesiger Schwarm Fische. Keine Ahnung, wo die alle herkommen. Hm. Aha. Das könnte nützlich sein. Dann fahren wir denen mal hinterher. Ich bin mir sicher. Dieser Fischschwamm schwimmt noch heute Nacht in die Panemo Bay. Vielleicht kommen wir so irgendwie aus dem Nebel heraus. Kann man einen Fisch angeln? Bei der Feuerstelle am Anfang? Na gut, da kommen wir jetzt nicht hin, ne? Wir sind ja gerade auf der Insel. Und sitzen fest. Angeln können wir auch nicht mehr. Gute Idee. Aber ein einzelner Regenwurm wird wohl nicht reichen. Ja. Gugel. Geht da weg. Wir brauchen eine Angel. Das können wir nicht nutzen. Wurm für die Fische. Ja, jetzt brauchen wir nur noch den Rest der Angel, ne? Oder ein Netz. Oder irgendwie sowas. Ich bin mir sicher, da unten steckt noch eine ganze Regenwurm Großfamilie. Oh nein. Ruddeln wir das jetzt auch? Ne, können wir nicht. Malte, hast du einen Tipp für uns? Hey Malte. Denkst du, du könntest diesen... Vielleicht schafft er das einfach so. Ich bin mir sicher, die Fische führen uns aus dem Nebel raus. Das wäre doch mal was. Aber die Füße sind unter Wasser ja kaum zu sehen. Wenn wir sie aus den Augen verlieren, sind wir geliefert. Wenn man die Füße besser sehen könnte, wäre es vielleicht ein Versuch wert. Okay, wir geben denen die Pilze. Bis später. Okidok. Wir füttern sie einfach mit Pilzen. Nein. Ich bin mir sicher. Dieser Fischschwarm... Vielleicht... Oh, ich hätte gedacht, das funktioniert. Gute Idee. Aber ein... Ich glaube, wir brauchen doch die ganze Regenwurmfamilie, ne? Irgendwie. Ich bin mir sicher, da unten steckt noch eine ganze Regenwurm-Großfamilie. Können wir die anlocken? Die ganze Familie? Wusste ich's doch. Eine ganze Großfamilie gefräßiger Regenwürmer. Ich kann euch sehen. Jetzt buddeln wir die aus. Na dann, wollen wir mal... Oh nein. Grab hier einmal alles um. Okay. Das gibt's jetzt für die Fischis. Und dann können wir den Fischen hinterher. Ja! Ja! Das hat funktioniert. Los, Malte! Aber wir sagen vielleicht erst mal nochmal dem Vogel Bescheid, ne? Auch wenn der hier gerade so seine Depri-Phase hat. Aber weg da! Was? Wie? Dieser leuchtende Fischwurm da drüben führt uns direkt hier raus. Cleos Plan funktionierte. Die leuchtenden Fische setzten sich in Bewegung und führten die Versuch 38 raus aus dem nautischen Nebel Richtung der Panemo Bay auf McAnally Palms. Wenig später betrat Cleo erneut die versunkene Galerie Attilantes. Wo ist denn der Attila? Mist! Wo steckt dieser Kerl? Yay! Wir sind von der Insel runter! Ja! Aha! 1, 6, 5, 2. Vielleicht. Boah, da schreibt jemand Datenschutz aber groß, ne? Aber jetzt sind wir schon wieder Diebe. Cleo öffnete McAnallys Kraken vor das Set und darin fand sie etwas seltsames. Es sah aus wie eine hell leuchtende Karteikarte. Doch bevor Cleo die Karte genauer ansehen konnte... Was? Die Hexe! Der Schatz der ewigen Erinnerung. Du wolltest ihn die ganze Zeit selbst haben. Wieso? Um selbst berühmt zu werden? Berühmt werden! Madame Ichomilele! Du verstehst überhaupt nichts, du einfältiges Dummchen! Euch geht es allen immer nur ums berühmt werden. Es sollen möglichst viele eure Namen kennen, richtig? Eure großen Heldentaten sollen über Generationen hinweg in Erinnerung gehalten werden. Aber welche Heldentaten, Cleo? Was hast du schon für ein heldenhaftes Abenteuer erlebt? Du hast einen blöden Biber mit einem Lutschbomber verscheucht. Du hast eine Handvoll Regenwürmer ausgepuddelt. Und in euren Lügengeschichten werden dann daraus Furchteinflößende Ungeheuer. Aber wir haben noch den Schatz gefunden! Aber ich habe den Kraken überlebt. Du sagtest, das würde bedeuten, dass... DJ Technobase! Hallo, herzlich willkommen! Danke für den Follower! Dass nur du den Schatz finden könntest? Ach, Kleine. Das habe ich schon so vielen überheblichen selbsternannten Abenteurern erzählt. Und alle haben sie sich sofort Hals über Kopf für mich auf die Suche gemacht. Dein toller Captain Kabeca war übrigens einer der Borde. Mir geht es auch sehr gut. Vielen, vielen Dank. Bist du Fan von Point-and-Click-Spielen oder von Piraten-Settings? Du? Du warst die ganze Zeit selbst hinter dem Schatz her? Aber wie konntest du so schnell wissen, wo? Meine Schüssel voll mit Glasaugen. Meine Augen sind überall. Eines war sogar mal in einem Appennamen auf und so. Und eines ist in einem sprechenden Papagein. Graten sind nice. Klicken Pointen nicht immer. Also ich habe auch schon Spiele angespielt in dem Stil, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Ich helfe mich nicht. Du hast mich durch Avery die ganze Zeit beobachtet? Aber das ist echt süß, finde ich. Durch meine Spiegel, um genau zu sein. Ja, ich habe alles mit angesehen. Und das meiste davon war ziemlich erbärmlich, um ehrlich zu sein. Aber ich probiere mich immer gerne durch alles durch. Alle Spiele aus allen möglichen Genres. Bin bei einem dabei. Es muss allgemein harmonieren. Ja, genau. Wer? Ach, der hässliche Vogel. Herr, richtig. Als ich gesehen habe, ist er ganz heldenhaft weggeflattert. Oh. An deiner Stelle würde ich mit ihm nochmal ein ernstes Wörtchen reden. Wenn du noch die Gelegenheit bekommst. Bringt sie uns jetzt um? Du bringst mich dazu, nach dem Schatz zu suchen, um ihn mir dann zu stehlen und mich loszuwerden? Diese leuchtende Karte muss ja ganz schön viel wert sein. Kartei, nicht bloß eine Karte. Und glaub mir, das ist sie. Nicht unbedingt für dich oder für irgendjemanden hier oben. Aber wofür ist das denn jetzt gut? Und mit einer Sache liegst du falsch, Leo. Jetzt reden die mir schon fast zu langsam. Ich will wissen, wie es weitergeht. Der Kartei ist noch in deiner Tasche. Und du wirst sie für mich im Jenseits abgeben. Was? Ich formuliere es einmal ganz deutlich. Du wirst nicht berühmt. Und ich werde es auch nicht. Aber es interessiert mich auch nicht. Ich will nur wieder in Ruhe arbeiten. Meine Arbeit im Jenseits war immer fehlerfrei. Alles hatte seine Ordnung. Die Verwaltung der toten Karteien war mein Leben. Anlegen, prüfen, archivieren, schreddern. Alles pünktlich zu seiner Zeit. Ich hatte alles unter Kontrolle. Alles im Überblick. Bis zu diesem Tag. Der Tag, als Teddy McAnally zum ersten Mal starb. Er war da. Er stand genau vor mir, als ich seine toten Kartei anlegte. Und dann war er wieder weg. Wer ist denn dieser Teddy? Und die toten Kartei auch. War das der Papagei? Er hat es irgendwie geschafft, sie aus dem Jenseits zu stehlen und damit alles auf den Kopf zu stellen. Und ich? Ich wurde wegen der fehlenden Kartei aus der Verwaltung verbannt. Schlimmer noch. Ich wurde aus dem Jenseits verbannt. Ich schwor mir, dass ich Teddy McAnally finden würde. Und ein paar Monate später fand ich ihn. Leider zu spät. Er war mir wieder entwischt. Jichomilele. Die böse Hexe. Die ist gar nicht nett. Die hilft uns gar nicht. Das ist Jichomilele, Hagen. Ich vergaß. Sie heißt Madame Jichomilele. Abenteuerlustige, durchnässte, zynische Mädchen vor mir. Ich will nicht ins Jenseits. Aber ich will nicht ins Jenseits. Oh, du musst. Denn ich darf nicht zurück. Nicht bis Teddys toten Kartei wieder in der Verwaltung ist. Ich vermisse das Jenseits. Schick doch den Malte dahin. Was ist denn so toll am Jenseits? Was ist so toll am Diesseits? Es ist so... Durcheinander. Es ist nicht zu überblicken. In diesem Gewirr wird es einem unmöglich. Richtig von falsch. Wahrheit von Lüge. Wichtig von unwichtig zu unterscheiden, ist das nicht so? Hier oben herrscht das absolute Chaos. Und niemand kontrolliert es. Ich habe hier Menschen gesehen, die ihre Pizza mit Ananas essen. Oh, wie sie direkt alle Ananasfresser disst. Oh nein, wie gut. Was passiert, wenn McCanellys Kartei wieder im Jenseits ist? Ich kann endlich zurückkehren, um meine Arbeit wieder aufzunehmen. Und eins sage ich dir. Ich werde meine Arbeit in der Verwaltung effizienter machen als jeden. Direkt gegen Ananas. Jaja, Ananas darf nur Puh gegessen werden. Oder im Obstsalat. Romy. Ananas auf Pizza ist auch ein No-Go. Eben. Aber wir haben hier ja auch Menschen, die Kiwi mögen. Oder Banane auf Pizza. Du bist keine auserwählte Abenteurerin. Du bist nicht einmal eine Brandbewerbung in einer Geschichten. Aber Madame Jeho Milele hat es gesagt, es geht nicht. Das ist Chaos. Bereits für dein letztes Abenteuer? Nein! Nein! Das ist ein toller Humor! Oh nein! Hilfe! Sterben wir jetzt und das Spiel ist vorbei? Was ist das denn? Oh mein Gott! Na, hätten wir da mal ja gesagt, ne? Willst du wissen, wie das geht? Oh nein! Jetzt sind wir tot und das Spiel ist vorbei. Der wahre Pianist von McAnally Palms. Leute, bis es hier weitergeht, machen wir ganz schnell wieder eine kleine Pipi-Pause. Ich muss in meine Mädchenblase, ne? Ich bin sofort wieder da! Bis gleich! Was ist dieses gelade? Nee! Also, ich muss mit ihm sehr bien kommen. Ich habe mit ihm eine junge Mensch mit Disney智 abdomin. Es ist environ airое gesessen, aber es wird nicht los PR die Kтьсяge facesklar. Wir können halt sie mal auf unsere KindigkeitxyastKlamm Vielen Dank. Vielen Dank. So, weiter geht's. Bin aber auch jemand, der knallt sich noch Ketchup auf die Pizza, bevor ich sie esse. Nee, ich nicht, ich nicht. Also mal irgendwie extra Zwiebeln oder Knofi oder so, das ist okay. Oder Sauce Hollandaise. Aber Ketchup bin ich auch nicht so der Fan von. Auf eine Pizza kann einfach alles drauf. Hauptsache Chili-Flocken fehlen nicht. Ich kann kein Schaf. Ich würde so gerne Schaf können, aber ich kann nicht. Also gucken wir jetzt, was wir mit der Madame Jichomilele machen. Ihr seid alle komisch. Sorry. Upsi. Hast du schon mal die Schokopizza probiert? Boah, ja, ich liebe ja Schoko, aber die geht gar nicht. Am liebsten auf Pizza mag ich Sauce Hollandaise, also ohne Tomatensauce, Sauce Hollandaise, Brokkoli, Mais und Zwiebeln. Und Knofi, ohne Ende Knofi. Manchmal noch Spinat. Das ist das Beste. Was ist das? Seltsame Schränke. Fand's okay, aber muss ich nicht nochmal haben. Nee, ich auch nicht. Auf gar keinen Fall. Yes, Hagen ist auch Team Hollandaise. Sehr gut. Wirklich unheimlich. Oh, Connor, ist das nicht diese komische Salami? Ist das nicht irgendwie so eine Wurst oder so? Was sind das für die? Nur Schränke, Schränke, Schränke. Mhm, mhm. Wenn wir einfach gehen können. Was soll denn das? Archibald. Hat jemand aufgerufen? Äh, nein. Warum platzen sie dann einfach so hier rein? Sie sind noch gar nicht dran. Warten sie einen Moment. Ich muss das hier noch erledigen. So, wo war ich? Hey, Meise. Frohes Neues. Wie geht's dir? Hallo? Meine Glorie wurde aktiviert. Ich glaube, das muss ein Irrtum sein. Ich, äh... Es ist soweit, Frederick. Und dann des. Wui Teufel. Kann ich auch gleich ein Stück Butter pur essen? Boah, nee. Das geht nicht. Tut mir leid. Das geht nicht. Ich habe wirklich viel zu tun. Also... Das ist nochmal ein krasser Unterschied. Oh no. Oh. Wir haben hier doch noch eine tolle Karteikarte. Wir haben nur die Karte. Aber wir haben auch... Wir haben auch noch andere Dinge. Wir haben auch noch eine tolle Karteikarte. Äh... Hi. Herzlich willkommen im Jenseits. Sie befinden sich hier in der Jenseitsverwaltung. Bevor ich Ihnen erlauben kann, den Freuden Ihres mausetoten Daseins zu frönen, sind einige Formalitäten zu klären. Mein Name ist Archibald und ich bin für die Verwaltung Ihrer Totenkartei zuständig. Ähm... Komm, der Mann interessiert uns nicht. Der ist weg. Die Verwaltung meiner Totenkartei? Das Recht, über Ihre Totenkartei zu verfügen und diese im gegebenen Falle mittels Schredder zu vernichten, gewährt mir diese heilige Vollmacht. Bitte lesen Sie sich die Vollmacht gründlich, aber zügig und bitte ohne sie in irgendeiner Weise zu beschädigen durch. Geben Sie mir Bescheid. Wenn Sie soweit sind. Dieses Schreiben bevollmächtigt dazu, Totenkarteien anzulegen und... Ist das jetzt der Ersatz für Jicho Milele? ...diese unwiderruflich zu zerstören. Fall 1. An den Verstorbenen gibt es keine positiven Erinnerungen mehr unter den Lebenden. Fall 2. Der Verstorbene fällt irgendwie negativ auf. Mhm. Das klingt doch ziemlich willkürlich. Das ist es. Und solange ich im Besitz dieser Vollmacht bin, unterliegt es meiner Willkür. Also benehmen Sie sich. Bitte. Nun, nächster Punkt. Bitte. Nehmen Sie das. Sie sind verpflichtet, diese Glorie stets mit sich zu führen, um erreichbar zu sein. Mhm. Die meisten Soßen bestehen zum Großteil aus Fett. Ich überlege gerade, was mag ich denn am liebsten so für Soßen? Irgendwelche, die auf Sahne basieren? Also irgendwie so, so, so... Ja, so, so mit Jumping-Yong, so eine Jumping-Yong-Soße. Oder alles mit Kokosmilch-Basis. Finde ich auch immer mega geil. Bin ich wirklich tot? Bin ich wirklich tot? Oh ja, selbstverständlich. Tomatensoßen mag ich gerne. Also kein Himmel und Hölle, was? Ach, Quatsch. Sowas gibt's hier nicht. Und keine ewigen Qualen im Fegefeuer und so. Oh, doch, doch. Das gibt's hier sehr wohl. Aber da kommen nur selbsternannte Radrennfahrer hin. Die glauben, sie müssten den Radweg nicht benutzen. Da müssen sie sich keine Sorgen machen. Nun, also... Das muss, das muss ein deutsches Spiel sein, ne? Was ist mit dem armen Mann passiert? Oh, der wurde einarchiviert. Ah ja, Honig, ich hab grad nur so an deftiges Essen gedacht. Das jenseits hat auch seine Kapazitätsgrenzen, verstehen Sie? Selbsternannte Radrennfahrer. Was meinst du mit erreichbar sein? Das Ding blinkt und piepst und vibriert, wenn Sie kontaktiert werden. Sie wissen schon, wie in diesen pseudo-italienischen Schnellrestaurants. Dann haben Sie sich unverzüglich hier in der Verwaltung zu melden. So wie der arme Kerl da gerade? Aha, langsam denken Sie selbstständig mit. Das ist gut, denn ich hab nicht viel Zeit. Kann ich die Vollmacht nochmal sehen? Natürlich. Können wir die mitgehen lassen? Nein, er zeigt sie nur. Hm. Kann ich jetzt gehen? Sie dürfen sofort gehen. Ich muss Sie jetzt nur noch kurz bitten, Ihre Taschen... Nein! Aber dann sieht er die Karteikarte. Es gab da in der Vergangenheit... Was zum... Was zum... Ist es das, was ich denke? Oh ja. Du hast Nahttod, Teddys Totenkartei, die ganze Zeit in der Tasche und sagst nichts! Ach du meine Güte! Was... Was mache ich denn jetzt? Warte einen Moment. Ich muss ein Protokoll nachlesen. Ausnahmeprotokoll. Ausnahmeprotokoll. Da kriegt man ja direkt ein bisschen Mitleid. Ausnahmeprotokoll. Können wir jetzt gehen? Können wir nicht... Ausnahmeprotokoll. Die Karteikarte ist zurück im Verwaltungsgebäude. Ich wiederhole. Teddy McInnellys Kartei ist zurück im Verwaltungsgebäude. Sie dürfen jetzt gehen. Sofort! Wie nett. Wir haben... Okay, wir haben nur die Karteikarte abgegeben. Ja, okay. Ciao, ne? Teddys. Sieht sehr interessant aus. Was ist das hier? Ich bin echt begeistert hier von... Schmodor. Das ist das Teddys. Die angesagteste Bar im Jenseits. Nein, nein. Die einzige Bar im Jenseits. Die einzige? Wie kommt das? Ist eigentlich streng verboten, so eine Bar zu eröffnen. Wird normalerweise mit sofortiger Archivierung bestraft. Aber der Gründer dieser Bar, Nato Teddy, hat das System ausgetrickst. Ja, Teddy McInnelly, richtig... Akzent. ...hat seine Totenkartei verschwinden lassen. Ich hab von der Geschichte gehört. Richtig. Zum Glück für uns alle. Nato Teddy kann ja unten tun und lassen, was er will. Also hat er diese Bar hier eröffnet. Aber wo ist denn Nato Teddy? Teddy hat damals gesagt, er will hier einen Ort des Austauschs erschaffen. Ein Platz für jedermann. Hier wird nicht unterschieden. Hier wird nicht geurteilt. Hier wird nichts von dir erwartet. Ist ein Zufluchtsort. Um einfach miteinander zu quatschen, zu trinken und sich zuzuhören. Also, kann ich rein? Nee. Nee. Warum nicht? Wie dreist. Ja, ist nun mal das Teddy. Das heißt? Na, du musst mich im Krakenfotter entschlagen. Dann darfst du rein. Oh ja! Ich dachte, hier wird nichts von mir erwartet. Ja. Na, wie von Captain Sult sofort das Spiel beenden und refalten? Pizza mit Ananas ist ja wohl Liebe. Leider spiele ich das schon länger als zwei Stunden. Ja, Krakenfotter! Wenn sonst nichts ist. Los geht's. Go, go, go. Okay. Gut festhalten. Oh, wir ziehen beide dieselbe Karte. Oh no! Ach so, doch. Ich kann... Aha. Oh, die Hexe wird zerstört. Oh ja! Laut seiner Aussage verbreitet das Spiel Hassreden. Ich hätte das klippen müssen. Die Hexe! Ich kann niemanden wiedererwecken. Oh nein. Oh, oh, der macht die Hexe jetzt kaputt. Oh nein! Okay, das ist meine schlechteste Karte. Die kann weg. Na, die kommt ja eh weg. Oh, yes! Nein! Und der gewinnt auch noch! Was ein Schwein! Keiner kann angreifen! Stark! Alle Kanonenkugeln wieder aufladen. Yes! Komm schon! Nein! Oh, das ist doch nicht sein Ernst, ey! Was hat mein Gegner für ein unverschämtes Glück? Das ist eine Frechheit. Wir nehmen die... Hm. kugeln fieter auf er kann nicht angreifen sehr gut und wir können umbringen jawohl ach komm das gewinnt er doch sowieso noch mal noch mal jetzt bringt er mich um ja ja ok das kann doch nicht wahr sein würfel ordentlich geht doch jetzt haben wir gewonnen schon wieder wir haben noch nicht einmal verloren wir hatten bis jetzt einen unentschieden und sonst immer gewonnen so wünsche ich mir das ab in die bar da hängt einer aber komisch und die die kennen wir doch und nein die sind gestorben hey leute du schon wieder ich wusste dass du uns unglück bringen würdest ja genau machen abflug du pestvogel sorry der am leuchter ist eine monkey island anspielung okay was herr piet die beiden sind total ins gespräch vertieft schade dass der original pianist frank ich schätze das erklärt warum man nicht ausgetrunken hat kommt mir irgendwo her bekannt vor hallo oh wer sitzt denn da oh hallo captain kebaker ich glaube ich krieg keine luft mehr das macht nichts du bist schon tot keine sorge du bist es oder captain kebaker oh mein gott ich habe alle bücher über dich gelesen ich bin echt dein größter fan pssst nicht so laut was machst du hier ich schätze dasselbe was alle hier unten machen du ich der gute antonio da drüben wir genießen unsere restliche zeit die uns im jenseits bleibt richtig bis wir in vergessenheit geraten du wirst nie in vergessenheit geraten du bist eine legende pssst ja schon gut schon gut ich habe deinen buchautoren kennengelernt sollte man ihn direkt darauf ansprechen ich habe deinen buchautoren kennengelernt Avery Orwick unmöglich doch wirklich beim Club Bautermann dann hat er es geschafft vom Pumbo Island zu fliehen nun ja ähm als Papagei ich hatte mich schon gewundert warum ich ihn hier unten nirgends finden konnte Gott sei Dank da fällt mir ein Stein vom Herzen der klingt so nett ich will dich damit jetzt nicht langweilen aber danke jetzt geht's mir viel besser wie bist du gestorben? Avery hätte daraus vermutlich eine mitreißende Geschichte gemacht aber letztendlich war es nur ein unrühmlicher Tod durch eine Schlange ein Schlangenbiss? nein nein die Schlange war völlig ungiftig ich bin darüber gestolpert und unglücklich auf eine Kokosnuss gefallen ja die Story ist ausbaufähig ach weißt du das kümmert mich nicht mehr ich erzähle dir mal was als Kind habe ich auch Bücher gelesen von großen Abenteurern so wie du und ich wollte auch so eine schillernde Figur werden ich war mein ganzes Leben lang versessen darauf meine Geschichten so ruhmreich wie möglich aussehen zu lassen und ich war erfolgreich du kennst ja die Bücher und als ich dann als Legende starb ins Jenseits kam und mich hier in Teddys Bar setzte da hatte ich dann Zeit über mein Leben nachzudenken und weißt du was mir klar wurde? was denn? was denn? ich hatte aufgehört zuzuhören wie meinst du das? ich war so eingenommen von meiner eigenen Geschichte dass ich einfach keine anderen Geschichten mehr mitbekommen hatte verstehst du? ich habe niemanden mehr wirklich zugehört und hier? hier unten traut sich nun niemand mehr mir seine Geschichte zu erzählen wieso nicht? wieso nicht? du kennst den Pianisten dort drüben, richtig? Antonio Leitarendi er ist vermutlich der beste und berühmteste Komponist und Pianist aller Zeiten denkst du irgendjemand traut sich in seiner Nähe Musik zu machen? keiner möchte sich mit ihm vergleichen, ob bewusst oder unbewusst wenn Antonio Leitarendi im Raum ist, spielt niemand das Piano wenn er nicht selber spielt, ist es um ihn immer still das ist das Schicksal des weltbesten Pianos das ist ja voll traurig jetzt verstehst du jetzt, warum mir niemand seine Geschichten erzählt? und deswegen sitzt du hier so einsam im Schatten? oh, ich fühle mich nicht einsam ich habe in letzter Zeit gelernt sehr aufmerksam zuzuhören und zu beobachten ich kann dir über jeden im Raum etwas interessantes erzählen ok, erzähl uns einfach über alle was wir haben ja keine Wahl was ist mit dem Kerl am Kronleuchter? das ist leicht das ist Alfonso, mein bester Freund jahrelang an meiner Seite auf Schritt und Tritt leider viele Jahre davon im Körper eines Affen daher sein Spitzname Alfonso und er kann es sich leider einfach nicht mehr abgewöhnen wenn er etwas sieht, wo er sich ranhängen kann dann hängt er sich ran oh mein Gott der Affe der Bund heißt Erik und ist ein ziemlich schlechter Verlierer er behauptet, ihn hätte noch nie jemand wirklich in Kragenfordern geschlagen er verliert aber ziemlich häufig, behauptet dann aber immer, er hätte den anderen gewinnen lassen der andere nennt sich Knoten-Joe und kennt alle 605 Knoten der 55 Knoten-Großmeister ich habe auch gehört, dass er jeden Knoten innerhalb von Sekunden lösen kann ich hoffe wirklich, er zeigt mir das bald mal ja, mehr Geschichten ich habe ein Wörteltaubchen an der Bar Pete kam gleichzeitig mit den anderen beiden Typen hier unten an und hat eine Menge interessante Fischergeschichten auf Lager was der alles schon gefangen hat, das würdest du nicht glauben und scheinbar hat der Magenbritter auch schon am Haken Magenbritter? Magenbritter ist der Sonnenschein des Teddys das kann immer gut gelaunt und sie trinkt die Belegschaft ohne mit ihren angeklebten Wimpern zu zucken unter den Tisch Sie muss auch schon zu Lebzeiten so gewesen sein, denn angeblich wurde sie mit einer Flasche Jagdunfall begraben, ihrem absoluten Lieblingsschnaps. Erzähl mir was über Antonio Leiterrendi. Leiterrendi hat viele Lieder über berühmte Persönlichkeiten geschrieben und wurde damit selbst... Oh, jetzt haben wir ja alle abgearbeitet. Damit ist seine Zeit hier im Jenseits vermutlich eine der längsten von allen. Er spielt jeden Tag hier im Teddys seine legendären Lieder. Doch, weißt du, was er macht? Wenn der letzte Gast die Bar verlassen hat... Weinen? Was? Er holt ein besonderes Notenblatt aus seinem Aktenkoffer von einem Lied, das er erst hier unten im Jenseits geschrieben hat. Und dann spielt er dieses Lied. Es leuchtet auch schon so das Notenblatt. Ein Lied für seine Frau. Oh. Wo ist seine Frau? Vergessen. Im Archiv. Ihre Zeit hier war sehr kurz, denn niemand erinnert sich an die Frau des großen Pianisten. Richtig? Egal wie wichtig sie für ihn war. Es gibt nichts, was Leiterin, die sich mehr wünscht, als dieses Lied schon zu Lebzeiten geschrieben zu haben. Er schrieb Lieder über mich, über Teddy McKinnelly und viele andere. Doch dieses, das für ihn wichtigste Lied, schrieb er zu spät. Es ist ja herzzerreißend hier. Meine Tasche leuchtet. Deine Gloria, sie ist aktiviert. Du solltest besser schnell in die Verwaltung, sonst gibt's Ärger. Aber ich wollte noch... Die können dich einfach einarchivieren, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Und mich auch, wenn ich weiter mit dir quatsche, obwohl deine Gloria aktiviert ist. Okay, tschüss. Also, mach besser schnell. Die Verwaltung. Und nun? Gehe ich um die Lele. Was ist mit dem anderen passiert, der da saß? Mit Archibald? Hey, was machst du denn für ein Gesicht? Du! Hey, 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 nicht frech werden, junge Dame. Ich bin jetzt wieder im Besitz der Vollmacht des Jenseits. Wenn du mir negativ auffällst, schredde ich deine Totenkartei und archiviere dich ein. Das geht schneller als ertrinken. Und was willst du noch von mir? Nun ja, ich wollte mich bedanken. Dafür, dass du Teddys Kartei überbracht und damit mein quälendes Exil beendet hast. Es läuft alles nach Plan. Und jetzt beginne ich, mir wieder Überblick zu verschaffen. Überblick? Überblick ist das Wichtigste. Und die beste Art, um Überblick zu behalten, ist es auszusortieren. Du meinst, du willst wahllos untote Seelen einarchivieren? Wer redet dir von wahllos? Ich mache das natürlich mit einem klaren System. Teddys Bar. Alle, die diese Bar je betreten haben. Oh nein. Jeder, der dort je ein Bier getrunken hat, Karten gespielt oder am Flügel gesessen hat. Jeder, der auch nur zu lange durchs Fenster in diese verfluchte Farbe schaut hat. Oh no, wir waren da auch drin. Jeder Einzelne wird einarchiviert. Sie scheint mir leicht wutentbrannt. Oh. Aber sehr süßes Spiel. Ja, total. Ich bin begeistert. Wer hat dich gerade wiederbelebt? Wo hast du das ausgegraben? Ey, zufällig bei Steam gesehen. Nein. Nein. Die Lieferung, alles in Ordnung damit? Keine Beschädigung, Verzögerung oder sonstige Beschwerden? Lieferung? Äh, die Marke des Imperiums. An ihrer Tasche. Zusammen mit dieser Adresse. Gültig für zwei Pakete. Gut verschnürt. Unverzügliche Liefergarantie. Oh, wie cool. Alles in Ordnung? Ja. Wir haben viel zu tun. Ja. Alles in Ordnung. Äh, danke. Verschicken Sie gern wieder mit dem Schrimperium. Männer! Ausrücken! Hahaha! Ich war tot. Aha. Und da ist Malte. Natürlich. Teddy McAnally ist in das Becken mit Zitteralen gefallen. Deswegen das Nahtoderlebnis. Malte? Er atmet. Zum Glück. Er scheint nur bewusstlos zu sein. Aber wo steckt dieser Papagei? Er ist doch weggeflogen. Und doch erzählt. Die Aale haben uns gerettet. Boah, richtig Dunkelheit hier. Ist ja gar nichts los. Am Strand ist nix. Ah, die Flasche mit Sonnencreme ist auch weg. Der Infostand ist leer. Da ist der Vogel. Ah. Cleo? Du lebst? Hast du meine Bücher retten können? Aha. Deine Bücher? Nein, Avery. Jisho Milele hat mich an Ort und Stelle ertrinken lassen. Ich habe riesiges Glück, überhaupt noch zu leben. Danke für die Hilfe übrigens. Die, die Alte war plötzlich da. Was hätte ich denn machen sollen? Angreifen. Ja, ich glaube, da hast du wohl recht. Ich war tot, Avery. Für einen Moment war ich wirklich tot und habe alles gesehen. Das Jenseits. Das Archiv. Ich war in diesem Archiv, Cleo. Mich hatte man bereits komplett vergessen. Bis du dieses Buch gefunden hast. Und so wie es aussieht, werde ich schon sehr bald wieder dort landen. Jisho Milele hat dort gearbeitet. Und wir haben ihr geholfen, zurückzukehren. Und? Sollte die uns nicht jetzt eigentlich voll dankbar sein? Zahllose Karteikarten schreddern. Alle, die in Teddys Bar waren. Wir sind am Leben, Cleo. Das war ja an sich voll nett von uns. Dass wir uns geopfert haben. Unfreiwillig, aber geopfert. Was willst du dagegen machen? Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich nochmal zurückkehren könnte. Hm. Ins Jenseits? Ja, aber nur für einen Augenblick. Das ist verrückt. Mir bleibt keine Wahl. Natürlich bleibt dir eine. Du hattest ein großes Abenteuer. Und du hast es überlebt. Entwenden und entwischen. Jetzt ist die Gelegenheit zu entwischen, Cleo. Ich nutze sie. Du solltest es auch machen. Haut der Vogel jetzt ab? Entwischen? Du meinst einfach nichts dagegen unternehmen? Diese Gelegenheit zu entwischen hatte ich damals nicht. Und ich werde sie nicht wieder verstreichen lassen. Das kann ich nicht. Es war wirklich ein Abenteuer mit dir, Cleo. Hat Spaß gemacht. Und das ist keine Lüge. Ausnahmsweise, ne? Ich befürchte, das war meine letzte Begegnung mit Avery Olwick. Auch er hat überlebt. Doch er hat sich entschieden, die Gelegenheit zu nutzen, um zu entwischen. Ganz so wie in seinen Büchern beschrieben. Irgendwie kann ich es ihm nicht übel nehmen. Aber ich kann nicht einfach wegsehen. Ich muss etwas gegen Jichu Milele unternehmen. Und zwar schnell. Oh, schnell? Oh, no. Können wir damit irgendwas machen? Können wir das aufschaufeln? Ne. Hier ist zu. Was ist denn das da? Sind das Teile unseres Schiffes? Oh, wir könnten ein Cocktail machen. Cocktail? Er muss hier angespült worden sein. Oh, nein. Haben wir denn noch das Buch für die Cocktails? Haben wir. Was war denn da drin? Der Nahtod on the Beach. Ah, Magenbitter, kalte Asche. Ein persönliches Opfer. Wo kriegen wir das denn jetzt her? Ach, hier können wir gar nicht hin. Kalte Asche. Wir schaufeln. Hier. Ne, nicht hier. Echt nicht? Sorry, Britta, aber... Oh, 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 oh. Ich muss mir das mal kurz ausleihen. Ach, gar keine kalte Asche. Aber was wird das persönliche Opfer? Und wir brauchen noch kalte Asche und das Opfer. Hm. Hier ist auch kein Feuer oder so gewesen. Da war mal Asche. Das persönliche Opfer. Schwierig. Unser Karten-Set? Haben wir noch irgendwas? Unser Logbuch? Ups. Basis, Magenbitter, Modifier, kalte Asche. Magenbitter, Modifier, kalte Asche. Flavor. Das Karten-Set. Das ist gut. Es tut mir leid. Was ist für ein Rezept, wenn man diesen Zutaten erkennt? Ha. Dann brauchen wir jetzt noch ein persönliches Opfer. Diese Karten ist mir leider unter dem Unsergegen. Ich kenne keine Rezept, wenn man diesen Zutaten erkennt. Hier steht jetzt auch einfach nur, dass in dieses Tintenfass nichts wertvolles steht. Stand irgendwann mal, dass da nichts wertvolles reinfallen darf, ne? Hm. Haben wir noch irgendwas wertvolles? Können wir irgendwo noch etwas wertvolles finden? Mit der Ausstellung? Ja. Geh mal rein. Persönliches Opfer. Die Bieste haben mein Leben gerettet. Oh ja. Oh ja, das haben sie. Was kann man... Was macht man jetzt? Persönliches Opfer. Witzig. Und ich wüsste auch gar nicht, wieso. Okay. Es ist eine Gewalt, die eine Karte... Das hatten wir auch schon mal. Sieht hier noch irgendwas rum? Einmal klingeln? Hm. Komisch. Uns fehlt eine Sache, aber was? Persönliches Opfer. Man kann sich jetzt auch gar nichts mehr angucken. Aber das Wichtigste, was wir haben, ist eigentlich unser Buch, ne? Ja, es muss doch irgendwie gehen. Das ist das einzige Opfer. Karten in die Tinte? Ja, ich guck auch noch mal. Aber die Karten kann man hier jetzt nicht anklicken. Oh nein. Das Logbuch anklicken. Oh no. Na gut. Ich hätte das Logbuch öffnen müssen hier in dieser Ansicht. Eieiei. Eiei. Und hier ist auch ein Buch aufgemalt. Ihr habt es nicht gesehen. Oh no. Phasis, Magenbitter, kalte Asche und unser geschwärztes Logbuch. Na, ob der das jetzt noch richtig hinbekommt? Es war mir eine Ehre, Cocktail. Also gut. Runter damit. Yay. Und zurück ins Jenseits. Es hat geklappt. Der Cocktail wirkt. Ja, und nun? Aber was bringt uns das? Hallo. Und sie schreddert fleißig. Hey. Stopp. Ja, okay. Trenn es doch durch. Ein ziemlich das. Alfonso. Da hängt eine Büroklammer an dem Zettel. Oho. Ich gehe die alte. Ein ziemlich das. Ja, passt doch jetzt, oder nicht? Jetzt ist doch alles kaputt. Aha. Aber sie sieht uns doch jetzt gar nicht. Ups. Komm. Reparier. Ich gehe die alte. Komisch. Komisch. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Ah. Okay. In den Ordner gucken. Ich verstehe. Aber was steht denn da jetzt wohl in dem Ordner drin? ID Nummer. Glorie aktivieren. Was? Was ist hier die ID? 1365. Was bringt uns das? Ein ziemlich, das kann... Oh, diese Zeichen müssen wir auch noch können. Zurück. Zurück. Welche Zeichen waren das? Müssen wir doch mal in den Ordner reingucken. So. Komm, beschleunige das hier. Was für Zeichen? Ein P? Oh mein Gott. So was komisches? So eine Schildkröte. Drei Halbkreise. Ein P. Zwei Halbkreise. Eine Schildkröte. Und was war noch mal die Zahl? Ah, es hat nicht... Ah nein, die Zeit. 1365. Eins, drei, sechs, fünf. Und du? Danke, Romy. Afonso! Afonso! Ui! Afonso. Süß. Süß. Wie ich um ihr Lele versuchte verzweifelt, die umherfliegenden Dokumente zu fangen und irgendwie die irrsoweichtige Übersicht zu behalten. Doch etwas verlor sie dabei aus den Augen. Die Vollmacht. Cleo zögerte nicht lang und ließ das machtvolle Dokument durch den Schredder bleiben. Oh! Jetzt haben wir die Jummi-Lele zerstört. Bevor der Cocktail seine Wirkung verlor, entwendete Cleo, genau wie Teddy McKinnelly damals, ein Dokument aus dem Jenseits. Doch sie versteckte es nicht. Sie ließ es für jemanden gut sichtbar zurück, bevor sie McKinnelly-Palms verließ. Das Mädchen. Doch ihre unglaubliche Geschichte erzählte sie nie jemandem. Sie erzählte von Malteseus, dem segelnden Cocktailmixer mit atemberaubenden Rezepten aus aller Welt. Sie erzählte von Knoten-Joe, der alle 605 Knoten, der 55-Knoten-Großmeister-Knoten... Aber, also ich vermute, es ist das Ende. Aber richtig schönes Spiel. Mega. Der die Regeln und alle Tricks beibrachte und nie gegen sie verloren hatte. Sie erzählte von Pete, dem talentiertesten Fischer der Meere, der genau vorhersagen konnte, wann und wo ein Fischschwamm auftauchen würde. Und natürlich erzählte sie von Avery Orwick, dem größten Abenteurer aller Zeiten. Und wie er ein Dutzend Zyklopen-Krebse und einen schwarzen Riesen-Leguan überlebte. Nun, zurück zu meiner anfänglichen Frage. Was ist das Wichtigste an einer Geschichte? Ich denke, das Wichtigste an einer Geschichte ist ihr Zuhörer. Oh, wie schön! Und natürlich eine bezaubernd bekannte Erzählerstimme. Sehr cool! Richtig schönes Spiel. Zehn von zehn. Richtig schönes Spiel. Richtig schönes Spiel.